Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 297. Mein Name ist René Außerdem, heute Abend mit dabei der Herr Basti. Gude und mittlerweile auch Grüße. Genau und das kommende Sternchen am Handwerkerhimmel der Marvin. Arriba. Genau, wir reden heute über andere hohe handwerkliche Kunst, nämlich über dieses Fußballspiel vom Wochenende, falls wir das überhaupt handwerkliche Kunst nennen können. Ich bin mir nicht so ganz sicher, woran es gelegen hat, ob wir einfach irgendwie keinen Bock hatten oder ob das Montagsspiel so anstrengend war, aber so spielerische Leistung war das gegen Stuttgart ja irgendwie nicht. Naja, es war ehrlich gesagt schlecht gegen schlechter. Also ich fand, dass beide Seiten jetzt nicht großartig geglänzt haben. Nee, nicht wirklich. Und die Eintracht irgendwie von vornherein überhaupt nicht so richtig im Spiel war. Also immer einen Schritt zu spät gekommen, die Dinge nicht so antizipiert, wie man sich das im Optimalfall hätte vorstellen können. Ganz, ganz merkwürdige Partie, aber wo du auch das Gefühl hattest, dass die Körperspannung ein bisschen fehlt. Die richtige Einstellung, das hat übrigens auch bei mir gefehlt. Also da will ich mich jetzt gar nicht ausnehmen. Irgendwie war ich so ausgezerrt von dem Montagsspiel, dass ich mich nicht so richtig in dieses Spiel hineindenken konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen Spieler durchaus ähnlich ging. Ja, jetzt muss man auch dazu sagen, dass natürlich auch die Charaktere der beiden letzten Gegner halt vollkommen unterschiedlich waren. Da wo du bei Leipzig gesehen hast, dass halt einfach Lücken da sind, die wir bespielen können, war das halt gegen Stuttgart. Und schon vor dem 1-0, aber erst recht nach diesem 1-0, die standen halt einfach mit elf Mann in der eigenen Spielhälfte. Und da war halt einfach keine Lücke. Also dass die sich nicht alle irgendwie in den 16er gestellt haben, war schon irgendwie alles. Aber die haben ja konsequent hinten sämtliche Räume zugestellt. Und das Einzige, was du mal gesehen hast, ist, dass ein Gommes mal irgendwie rausgelaufen kam, wenn er mal irgendwie, wenn ein Abraham als ballführender Spieler zu nah an die Mittellinie kam, dass er dann da versucht hat, den mal irgendwie anzulaufen oder Druck zu setzen. Aber da war ja kein Platz und uns hat vollkommen die Idee gefehlt, wie wir daraus irgendwas machen sollen. Mal davon abgesehen, dass die Außen halt auch gerade auf der rechten Seite, fand ich, nicht funktioniert haben an dem Spiel. Nö, da hat vieles nicht gestimmt, das ist richtig. Gerade die Außen hast du ganz gut angesprochen. Ich fand halt, offensichtlich, das Ziel tut mir leid, aber der Costa hat überhaupt nicht funktioniert. Das war wesentlich unrund. Ja, das lief nicht so. Chandler war auch jetzt natürlich nicht so in dem Maße. Ja, ich weiß nicht, es ging an vielen Stellen nicht so wirklich gut zusammen. Basti, du warst ja vor Ort. Wie hast denn du das gesehen? Ja, das ist eigentlich ein Spiel, was ich gerne unter den Tisch fallen lassen würde. Da bist du hier aber falsch. Ja, ich verspüre gar nicht, also nach Freiburg war ich irgendwie sauerer als nach diesem Spiel. Das war irgendwie so ein Spiel, wo du, das ist so diese dumme Floskel, die man dann raus hat. Ja, das ist so ein Tag zum Vergessen einfach gewesen. Ich glaube, die anderen hätten auch noch sechs Stunden spielen können und die hätten einfach irgendwie kein Tor geschossen. Das kam auch nicht rüber dazu. Was deine These untermauert, ist, dass wir sieben Schüsse abgegeben haben im gesamten Spiel. Ihr könnt mal raten, wie viele davon tatsächlich aufs Tor kamen. Ich kann mich halt keinen einzigen, ich habe das Ding neu zu tun. Richtig, es war kein einziger Ball. Wir haben kein einziges Mal Zieler wirklich getroffen oder auch nur annähernd in Richtung Tor. Die gingen alle drüber oder dran vorbei. Was vielleicht daran liegt, was du eingangs gesagt hast, dass Stuttgart echt tief stand. Wenn man ganz ehrlich ist, auch von Stuttgarter Seite, glaube ich, das ist das 0-0 der schlechteren Sorte. Dann fährst du dann mit einem Punkt nach Hause, abhaken, fertig, aus. Haben wir ja vorher schon gesagt. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich hätte mir vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen gewünscht. Dann wäre alles in Ordnung gewesen. Dass dann dieses Slapstick-Tor dazukommt. Es ist natürlich unglücklich, dass es so früh fällt. Und dann sorgt das mit Sicherheit nicht natürlich dafür, dass so eine Mannschaft, die sich eh schon reinstellt, da wird es immer schwieriger. Dann sind die in so einem Flow drin, durch ihren neuen Trainer, wie auch immer, der dann erzeugt hat. Und die haben jetzt, glaube ich, zum dritten Mal 1-0 gewonnen. Und die haben dann wahrscheinlich dann auch gegen uns einfach diesen Funken Zutrauen gehabt, dass sie das durchziehen können. Und die Eintracht hat diesen, ja, die waren wieder in dem Augsburg-Modus und lassen sich dann von so einer Mannschaft die Butter vom Brot nehmen. Und ich will es auch gar nicht farmlosen. Ich war auch echt sauer trotzdem. Also, was soll das? Du kannst dich gegen Leipzig irgendwie zu so einer Leistung aufschwingen und dann fährst du da hin. Und das gibt aber auch drei Punkte. Das nervt mich. Also, das ist einfach, ich bin so zwischen, ich ignoriere es, weil ich auch keinen Bock habe. Der Marvin hat es ja schon angekündigt und ich kann es trotzdem nicht vergessen. Der Marvin hat ja genau richtig gesagt, ja Leute, es wird nicht besser, das wird jetzt eine Achterbahnfahrt. Und genau diese Fahrt hat angefangen. Also, du fängst gegen Leipzig, da war alles irgendwie geil und wir haben uns hier in den Rausch geredet. Jetzt ist wieder ein bisschen Ernüchterung da. Du weißt aber gar nicht, ob die Ernüchterung begerechtfertigt ist. Weil andere Mannschaften lassen ja auch Federn. Man darf nicht vergessen, Leverkusen verliert zu Hause auch mal gegen die Hertha. Dann hast du irgendwie Dortmund. Die spielen zu Hause 1-1 gegen Augsburg. Leipzig verliert zu Hause gegen Köln. Also, vielleicht ist das auch einfach so. Also, vielleicht muss man das akzeptieren. Für mich, ich kann es aber nicht in Gänze. Weil es mich trotzdem wahnsinnig macht, mir zu überlegen, da ist ein Spiel, und der Marvin hat es auch gesagt, wenn Stuttgart jetzt neun Trainer gehabt hätte, die gewinnen drei Spiele hintereinander und die überrennen uns in ihrer Euphorie, geschenkt. Aber Stuttgart war an dem Tag auch nicht gut. Das hat alles gepasst. Das war einfach ein gebrauchter Tag. Also, das war die Fans. Die Ultras kamen erst in der 83. Minute ins Stadion. Dementsprechend ein bisschen merkwürdig war die Stimmung auch dort. Ich habe mir, als ich hingefahren bin, ehrlich gesagt, viel, viel, viel mehr erhofft. Weil ich echt, dadurch, dass ich hingefahren bin, auch echt Bock hatte. Aber, ja, es sollte nicht sein. Das ist halt gerade bei so einem Spieltag, wie bei dem hier, du hast es angesprochen, ist man halt schon irgendwie wieder so sehr in diesem zwischen Freude und Leid irgendwie gefangen. Auf der einen Seite kann man sich freuen, dass halt eigentlich, wenn man sich die Tabelle anguckt, nicht wirklich was passiert ist, weil halt alle anderen halt eben auch Federn gelassen haben. Auf der anderen Seite haben halt alle anderen auch Federn gelassen. Und du hättest halt die Möglichkeit gehabt, da mal wieder so ein bisschen, ja, die Tür einfach nochmal so ein bisschen zuzumachen. Und du hast es halt irgendwie gerade gegen eine Mannschaft, die halt auch, wie ihr beide schon gesagt habt, nicht gut war, halt die Chancen wieder liegen lassen. Das ist halt wieder so, an der Stelle dann doch wieder so ein bisschen die typische Eintracht. Der Eintracht fehlt, wie allen anderen Mannschaften außer den Bayern, die Konsistenz. Du hast in der gewissen Art und Weise natürlich noch Schalke, die eine sehr, sehr gute Saison spielen. Aber alles andere ist im Endeffekt wieder das typische Schneckenrennen um die internationalen Plätze. Die Eintracht ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich sehr gut, ganz auf jeden Fall. Wegen einem Spiel müssen wir jetzt auch die Kirche im Dorf lassen, sage ich mal, ja. Es ist natürlich aber einfach ärgerlich, weil du gegen Gegner, die machbar sind, Augsburg war sehr bitter. Jetzt kommt Stuttgart auch wieder verloren. Das ist halt scheiße. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir diese Heimschwäche in eine Auswärtsschwäche halt umgedeutet haben. Jetzt im Grunde nervt halt auch, weil das machbare Gegner sind. Und da musst du halt eigentlich mal, weißt du, das war kein Drei-Punkte-Spiel. Die Eintracht spielt hier scheiße. Du merkst, Mascarell ist nicht da, Boateng ist nicht da. Boateng fehlt, das hat man schon sehr gut. Und schon ist dieses Konstrukt lustigerweise zum ersten Mal, für mich gefühlt zum ersten Mal, die Saison sichtlich benachteiligt durch die Ausfälle. So, und dann funktioniert das nicht. Aber ganz ehrlich, das war ein typisches 0-0-Spiel. Und wer das erste Tor macht, gewinnt, ja. Und dann ist es noch so hingegaukelt. Ich wollte gerade sagen, Abraham den Fehler, geht zu spät hin. Das ist halt nervig, das sind diese Sekundenbruchteile. Das ist das, was halt eigentlich richtig nervt, dass Abraham, der ja bislang wirklich einfach eine sehr, sehr, sehr solide Leistung gemacht hat, da halt einfach diesen Stoppfehler macht. Und dann zusätzlich Radetzky halt auch noch den Fehler macht, indem er sich nicht sicher ist, soll ich jetzt rauslaufen oder nicht. Und dann da halt unnötig stoppt. Da kommt halt eins zum anderen. Was ich aber nicht verstehe, dass es auch teilweise, und ich glaube, Chandler hat das auch im Kicker-Interview gesagt, dass so ein bisschen die Einstellung auch gefehlt hat. Und das kann ich nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Man kann Pech haben und alles Mögliche. Aber in Augsburg hat sich das an gewissen Stellen, da hast du auch das Gefühl gehabt, die, ja, die sind sich so ein bisschen zu sicher. Und jetzt wieder. Und das, ich will das nicht. Ich bin nicht sauer oder bin jetzt, ich will ja auch keinen Teufel an die Wand malen. Und ich habe jetzt auch keine Angst vor Hannover zu Hause, weil die Mannschaft in der Saison, wenn die Mannschaft eins gezeigt hat, dass die in der Mannhinrunde war es umgekehrt, dass die, dann haben die zu Hause verloren und haben dann auswärts, als es drauf ankam, haben die geliefert, ganz am Anfang in Gladbach, dann in Köln. Die Mannschaft kann das. Die Mannschaft hat dann auch in Wolfsburg dann auch geliefert, als wir ein bisschen unter Druck standen. Das will ich denen gar nicht absprechen. Ich will trotzdem meinen Unmut äußern darüber, dass das unnötig ist und ich das nicht verstehe. Ich kann es nicht verstehen. Da ist kein Spiel unter der Woche. Du hast trotzdem eine Woche Zeit, dich darauf vorzubereiten. Du müsstest, also wenn wir die Lage erkennen, dann müssten die, die ja 30 Mal erkennen. Das sind ja Spieler, die auch was erreichen wollen, viele. Wo ich mir denke, ja, greif doch zu. Greif doch einfach zu und kämpf wenigstens, wenn es irgendwie anders nicht läuft. Also geh da in Stuttgart nicht mit so einer laschen Einstellung rein. Nur weil der Papa Prinz nicht da ist, das kann ich nicht verstehen. Weil da auch ein Spieler auf dem Platz war mit Gacinovic, der genau so ein bisschen aus der Mannschaft gerutscht war. Der müsste eigentlich genau diese Spiele nutzen und da kostet er auch. Und ja, es ist wahrscheinlich eine Mischung auch. Ich will es auch gar nicht nur auf die Einstellung schieben, sondern auch ein bisschen darauf, dass dieses Problem, was wir haben mit tiefstehenden Mannschaften, zieht sich ja durch die komplette Saison. Dann hast du mal so Spiele wie ein Hinspiel gegen Stuttgart, wo die Nummer halt mit einem Fahrzeugtiertor aufgelöst wird. Oder du zu Hause gegen Mainz im Pokal spielst und dann schenken die halt drei Tore statt du denen eins. Und das war jetzt halt mal umgekehrt. Ich will es auch wirklich nicht dramatisieren, weil mir durchaus bewusst ist und wir das ja auch immer gesagt haben, selbst wenn wir gewinnen, die Eintracht hat oft 50-50-Spiele. Nur, was mich jetzt ein bisschen gestört hat, dass man es nicht nur auf Glück schieben kann, sondern da war auch, es war ein bisschen lax und das finde ich nicht gut, aber mehr auch nicht. Also es soll jetzt sich nicht zu dramatisch einhalten, ich wollte das nur mal angemerkt haben. Ne, ich finde es auch gut, dass du das ansprichst. Es ist im Endeffekt auch einfach ein bisschen eine unnötige Einstellungssache. Gegen Augsburg, das sage ich, also gegen Augsburg ist nochmal ein anderes Spiel gewesen, weil da war Augsburg so deutlich besser und wir einfach so bekloppt, sage ich mal. Und auch nicht, das war für mich klarer. Aber so ein Spiel gegen Stuttgart war halt irgendwie, das sind die Niederlagen, die ich besonders hasse, weil sie aus einer unnötigen Art und Weise herausgeboren wurden, ohne dass die andere Mannschaft zeigt, wir sind hier viel besser. Und das ärgert mich, es war ein komischer 0-0-Kick. Naja, aber weißt du, im Endeffekt jeder Punkt zählt und du hast es vorhin gemeint. Ja, wir haben ein Feuerwerk abgebrannt gegen Leipzig, aber das Problem ist, das Leipzig-Spiel gibt uns keine zehn Punkte, sondern auch nur drei. Und dann lässt du die vermeintlichen, in Anführungsstrichen, einfachen Punkte liegen. Aber gut, es hat schon seinen Grund, warum ich Stuttgart weiträumig meide. Da gibt es selten was zu holen. Das ist richtig. Ja, es ist, naja, gut. Wobei man vielleicht positiv sagen muss, dass bislang, wenn wir in der Saison verloren haben, also wir haben nie, nie wirklich, glaube ich, mehr als ein Spiel, ich glaube, einmal zwei Spiele hintereinander verloren, aber ansonsten war es immer nur das eine Spiel und in den nächsten Spielen ging es dann immer wieder bergauf. Das ist ja diese Achterbahnfahrt, die der Marvin meinte. Das ist gut, wenn es wieder klappt, aber es ist auch nervig. Weil ich habe eigentlich gedacht, wir hätten das ein bisschen durchbrochen, als wir diese Siege am Stück jetzt hatten, zu sagen, okay, natürlich kann man dann mal federn lassen, aber ich habe irgendwie, scheinbar wechselt das jetzt wirklich, da verlieren wir halt auswärts und gewinnen zu Hause. Nur habe ich es, ich habe es auch Anfang der Saison schon gesagt immer, ich will mich darauf nicht verlassen müssen, dass du immer, die können ruhig auch mal dann, keine Ahnung, dann mal zwei Unentschieden hintereinander einstreuen. Das ist ja auch nicht schlimm, da gewinnst du halt mal nicht. Das kann ja passieren. Nur dieses ständige, du siehst Montag, was sie zu leisten imstande sind und siehst dann Samstag sowas, das irritiert mich aber natürlich auf noch einem sehr euphorisch hohen Niveau. Oder ich will das jetzt wirklich nochmal betonen, das soll nicht richtig verstanden werden. Ja, ist aber voll gut. Ja, also wir stehen ja immer noch sehr solide in der Tabelle da und wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir immer noch von der Eintracht reden und wie das in den letzten Jahren sind, dann können wir da glaube ich echt von einem Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau reden, dass wir uns jetzt davon beklagen, dass wir da noch auf einem Champions-League-Platz stehen, zu dem Zeitpunkt in der Saison. Also das hätte in den letzten Jahren ganz anders ausgesehen. Das sowieso. Also ich meine, ich war mir jetzt nicht sicher, ob du jetzt zum nächsten Thema übergehen wolltest. Aber ich sage jetzt einfach nochmal. Kunstpause, das war eine Kunstpause. Ah, okay, ja. Dann sage ich nur, für uns ist das sowieso jetzt hier. Das ist ja alles eine richtig gute Saison. Das wollen wir auch nicht negativ reden, aber trotzdem ist es ganz gut, mal einen Finger in die Runde zu legen, wenn Dinge halt nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Nicht sollten, aber zumindest könnten, weil man will sich ja nicht um die Dinge berauben, die man jetzt in greifbarer Nähe einfach sieht. Aber ich meine, du siehst halt die Inkonsistenz der anderen Teams im Endeffekt auch. Wie gesagt, Schalke jetzt wieder gewonnen, aber auch dort in den Bundeschafts nicht drei Punkte zu Hause gegen Augsburg zu holen. Ja, und selbst Gladbach, die für mich echt keine gute Saison spielen, sind im Endeffekt nur fünf Punkte von der Eintracht entfernt. Das ist auch nichts. Die sind auch noch in Tuchfühlung. Also du merkst, es ist halt alles eng, eng, ja. Und das ist genau, und das ist wirklich, ich will jetzt auch hier nicht in zu negativen Raum rausschreden, aber das ist echt eine Gefahr. Wenn wir zu Hause in Hannover verlieren, dann ist Hannover nur noch vier Punkte hinter uns. Ich wollte gerade sagen, also selbst. Dann ist alles, dann hast du wieder Hannover, Hoffenheim, Augsburg, Gladbach in Schlagdistanz. Und dann reden wir nicht darüber, dass wir einfach nur zu den ersten sieben landen wollen, sondern dann reden wir dann darüber, dass wir auch wieder noch achter, neunter, zehnder werden könnten. Und das, wenn ich das mal festhalten darf, weiß es, ich bin eh der Letzte, der weiß, was passiert, weil ich viel zu übereinander bin. Aber das fände ich wahrscheinlich nach der Saison trotzdem ein wenig ärgerlich, wenn wir nur Zehnter werden würden. In der Sichtweise, also Blick darauf, was viele Chancen man diese Saison gehabt hätte. Ja gut, die Frage dabei ist dann halt immer auch, wie es am Ende des Tages, also jetzt mal angenommen, wir würden am Ende der Saison Zehnter werden, dann ist immer noch so ein bisschen die Frage, wie es denn dazu dann gekommen ist. Also erleben wir nochmal fünf Spiele so, wie das Spiel gegen Stuttgart, dann würde es mich maßlos ärgern, weil ich dann sagen würde, wir haben es halt einfach selbst verbockt. Aber das will ich auch nicht glauben. Ich will jetzt auch mal wieder den Turn schaffen. Sind es nochmal so fünf Spiele wie gegen Leipzig, wo du halt einfach sagst, du hast 90 Minuten gefeitet und am Ende hat halt einfach der andere mehr Glück gehabt. Ja, dann ist es halt einfach so. Also die Frage ist halt wirklich, wie entsteht es dann am Ende? Ja, aber die Szenario 1, was du gesagt hast, ich kann und will mir das unter Kovac nicht vorstellen. Nein, ich auch nicht. Also das glaube ich nicht, ja, aber es ist halt einfach... Das ist ja, was passieren könnte, das ist eine Verletzte natürlich. Das kann natürlich nochmal dazu, weil Marvin hat es angesprochen, mir ging es nämlich ähnlich wie Marvin. Zum ersten Mal kann man nicht sagen, oh cool, wir haben einen breiteren Kader, weil das, Mascarell und Boateng, das muss man sagen, haben wir nicht geschafft. Also konnte die Mannschaft nicht auffangen, auch die anderen nicht. Ja, weil aber auch hinzu kam, dass halt einfach die Außen, die ja so die zweite große Stütze sind, in dem Spiel halt auch nicht funktioniert haben. Rebic hat es funktioniert, er hat es versucht und es hat nicht funktioniert. Wolf war auf dieser Halbposition ziemlich vergeben. Da Costa hat halt die Bälle irgendwie nicht davor gekriegt. Also da kam halt irgendwie zu dem Pech, kam halt noch so ein bisschen Unglück dazu und dann hast du halt einfach eine schlechte Kombination. Da würde ich jetzt aber auch mal behaupten, dass es das in dieser Saison kein zweites Spiel gibt, wo das in der Kombination so ist. Mal auf Holzklopfen. Ansonsten ist es halt noch nichts wirklich passiert. Nein, nein. Aber ja, aber trotzdem, klar, wir alles rational betrachten, alles halb so wild, aber trotzdem ist es für uns auch wichtig zu sagen, naja gut, aber so, du kannst keine drei Spiele so hintereinander spielen. Das muss immer in der Ausnahme bleiben. Nee, definitiv nicht. Dafür ist das Feld halt einfach zu eng, weil wenn du überlegst, wenn jetzt Hannover oder die Hertha oder Stuttgart eine Drei-Spiele-Serie hinlegen, dann haben wir halt einmal die Plätze getauscht. Aber es ist halt auch so, dass Kovac das genauso sieht. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall in den vergangenen Tagen jetzt schon und auch jetzt in den nächsten Tagen da ganz genau die Leute, ja, wie soll ich sagen, zusammentrommeln und denen auch erzählen, dass es so nicht gehen kann. Ich glaube, der war sehr, sehr angefressen nach dem Spiel. Oh ja, der war mehr als angefressen. Aber du hast ja auch, Basti hat das Interview von Chandler ja schon angesprochen. Da sind, glaube ich, schon auch noch ein paar andere, die auch festgestellt haben, dass das so nicht geht. Also da würde ich halt einfach diesem kompletten Konstrukt um den Trainer und der Mannschaft halt einfach in der aktuellen Saison so viel Selbstreflexion zugestehen, dass sie durchaus in der Lage sind, das sehr gut zu beurteilen und da halt auch frühzeitig was dran zu ändern. Meine Hoffnung. Ob es so ist, wird sich spätestens im nächsten Spiel oder frühestens im nächsten Spiel zeigen. Ich glaube, bevor wir da hingehen, würde ich gerne noch einmal zumindest kurz dieses Thema mit Dortmund und den Protesten anbringen. Wir hatten ja jetzt das zweite Montagsspiel in der Saison. Ich habe es nur teilweise gesehen und dann die Zusammenfassung. Ohne den Kollegen, da jetzt zu nahe treten zu wollen, aber wenn man so sieht, wie Proteste bei uns ausgesehen haben und bei Dortmund, ja, du kannst beide Varianten machen, aber so richtig imposant fand ich das jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob das die beanspruchte Wirkung an der Stelle hat. Wie seht ihr das? Ich glaube, dass du als Dortmund, die Dortmund-Fans haben es auch, glaube ich, schwerer, weil die trotzdem durch ihre, dadurch, dass sie viel, viel erfolgreicher sind als wir, noch mal ein ganz anderes Klientel anziehen auch. Also ich glaube, dass es da nicht so leicht ist, die alle an Bord zu kriegen und für die ist es wahrscheinlich wirklich schon ein Erfolg, wenn statt 80.000 nur knapp 50.000 kommen. Also das muss man trotzdem, ich will, ja, ich sehe das ähnlich wie du, ich glaube, dass unser Prozess mehr Welle gemacht hat, aber ich glaube, dass in Dortmund auch noch besondere, ja, das ist halt was anderes. Du hast ja gesehen, die Leute, die dann dort waren, was besser ist, was dir da eingefallen ist, eine La-Ola zu machen. Da siehst du ja, ja, aber da siehst du ja, dass die trotzdem auch so ein Grundstock, die haben einen Grundstock an, ja, stell dir mal vor, du hättest, bei unserem Protest hätte einer probiert, eine La-Ola-Welle anzustimmen. Ach du Scheiße. Ja, das ist nicht, aber der hätte wahrscheinlich, ein paar andere Wellen hätten den wahrscheinlich erfasst, aber, ja, und das, ich glaube, die aktive Fanszene in Dortmund hat das schon gut gemacht, weil die Intention, die davor war, dass du so ein Bild hast von der komplett leeren Südtribüne, das hätte ich gut gefunden, dass es nicht klappt, zeigt, dass in Dortmund wahrscheinlich, Dortmund zeigt halt, dass das, was die DFL macht, damit werden die wahrscheinlich durchkommen, weil es genug solcher Fans gibt, die ich jetzt will, die gar nicht über alle Maßen verurteilen, aber die dann trotzdem dahin gehen und sich in der La-Ola-Welle machen und das in Ordnung finden und, ja, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema gerade, finde ich und ich sehe es auch wie du, ich wollte jetzt nur, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste die Dortmund ein bisschen verteidigen, weil ich glaube, dass die es echt schwer haben dort, weil die bei 80.000 halt einfach auch wirklich, wahrscheinlich wirklich 30.000 bis 40.000 Leute haben, die das nicht so sehr stört, die sich für Fanbelange vielleicht gar nicht so interessieren, weil sie auch nicht so oft kommen und wahrscheinlich mal froh waren, dass sie ganz locker an Karten drangekommen sind, also von daher, muss man das so ein bisschen in Relation setzen. Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich schwieriger zu organisieren, zumal man sich aus meiner Sicht halt auch eine Methode ausgewählt hat, die per Definition schon schwieriger zu organisieren ist, ja, weil wenn du sagst, wir gehen halt einfach alle ins Stadion und wir versuchen halt einfach dort mit Trillerpfeifen und Plakaten und sonstigen Dingen auf uns aufmerksam zu machen, dann kannst du halt die, die halt so oder so quasi hingehen, die du quasi nie davon abhalten können, die kannst du halt a, entweder einfacher integrieren oder b, halt einfach durch die Masse, die halt rundherum ist, so unsichtbar machen, dass es halt nicht auffällt. Aber wie willst du das denn machen, wenn du halt einfach sagst, wir bleiben dem Spielbetrieb fern, weil du kannst die Leute nicht davon abhalten. Also das ist halt per Definition aus meiner Sicht ein schwierigeres Modell und hat damit für mich so ein bisschen die Wirkung verfehlt. Ich meine, es fällt immer noch auf, wenn ein Stadion wie der Signal der Dunapark, der halt einfach gigantisch groß ist und eigentlich immer voll ist, halt einfach so viele Lücken hat an der Stelle, zumal es ja für Dortmund ja auch noch um so ein bisschen was vielleicht geht. Aber ich fand so von der Wirkung für den Fernsehzuschauer, den es ja eigentlich ansprechen müsste, so nach dem Motto mal drüber nachzudenken, was passiert denn da eigentlich gerade, vielleicht nicht so medienwirksam. Ich weiß nicht, also ich habe auch erst später eingeschaltet und habe eigentlich nur gesehen, als das Spiel schon lief und da ist mir auch aufgefallen, dass zum einen ja natürlich überhaupt keine Stimmung im Stadion war, bis auf das, was situationsbedingt rüberkam und dann hast du ja noch zusätzlich auch die Bilder gesehen, dass es halt sehr große leere Ränge gab. Also für mich hat es schon eine Wirkung hinterlassen, aber ich finde, es ist wichtig, dass überhaupt was passiert. Also ich meine, jetzt zur zweiten Woche hintereinander, das ist schon mal, jeder kann das anders irgendwie interpretieren, natürlich kann es aber auch nicht jedes Jahr, jede Woche so laufen, wie bei der Eintracht, dann auch dann ist es repetitiv und würde nicht mehr die Wirkung entfalten. Also vielleicht ist eine Varianz dahingehend schon ganz interessant, weiß ich nicht. Für mich ist es glaube ich einfach nur gut, dass ein Zeichen gesetzt wird, in welcher Art auch immer. Ja, das ist definitiv. Von der Grundintention finde ich den Dortmunder Protest eigentlich auch, ich finde den fast wirksamer, wenn der, also wenn man sich vorstellt, dass ein ganzes Stadion leer bleiben würde, aber das ist wahrscheinlich, wie du es gesagt hast René, das ist wahrscheinlich durch die, das ist wahrscheinlich unrealistisch, weil die ja, ja, du hast halt, ja, das ist halt, wie es überall ist, was auch gut so ist, ich will auch niemanden verurteilen, den das nicht stört, also, das mag ja so sein, dass Leute, die denken dann, oh cool, dann kann ich an der ganzen Woche in der Bundeswehr gucken und gucke mir montags dann noch ein Spiel an, das ist ja, wahrscheinlich gibt es Leute, die da was Positives rausziehen, nur, definitiv gibt es die und das ist ja genau das, was ich, was ich meine, natürlich fällt uns als die Menschen, die sich sehr intensiv mit dem Thema Fußball und vor allen Dingen auch mit der Bundesliga beschäftigen, natürlich auf, wenn bei so einem Spiel irgendwie keine Stimmung ist und da viel Platz auf den Rängen ist, was ich mich halt frage ist, ob dem, in Anführungszeichen, normalo Fußball, Mensch, der halt einfach nichts anderes machen will, als den Fernseher einschalten und irgendwie die ganze Woche irgendwie sich von Fußball berieseln lassen, ob dem das dann so auffällt, wenn der das quasi so als Hintergrundbeschallung nutzt, aber halt trotzdem seine 60 Euro im Monat in diesen Topf. Ja, aber das meinte ich ja, ich sag ja, der Protest, wie der da war, war es natürlich, da die Lücken waren schon zu sehen, aber wahrscheinlich dann auch nur für Leute, die das im Hinterkopf haben. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn du ein ganz leeres Stadion hast, interessiert das, glaube ich, trotzdem aber auch den Gelegenheitszuschauer. Weil ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Tweets ja auch gelesen, dass zum Beispiel den englischen und amerikanischen Kommentatoren, die davon scheinbar gar nichts genau wussten und also waren es wahrscheinlich die amerikanischen Kommentatoren und die, ja, die sich gefragt haben, warum das lernt. Das heißt, das ist denen auch aufgefallen, weil zumindest Dortmund ja für imposante Bilder bekannt ist und die gab es jetzt nicht. Das muss man schon sagen. Die gab es diesmal nicht. Du konntest da nichts zeichnen und ich glaube trotzdem, dass wenn man es irgendwie mal schaffen würde, wenn man wirklich diesen Kurs hat, zu sagen, man will montags das überhaupt nicht haben, dass ein ganzes Stadion leer bleibt, weil das würde, glaube ich, die Bilder produzieren, die sich krass verbreiten würden und ja, es ist halt eine verschiedene, es ist eine, eins ist ein stiller Protest, bei uns waren es ein lauter Protest, das hat beides Vor- und Nachteile, nur befürchte ich, dass das beides nichts bringen wird. Ich will nochmal ganz kurz die Frage in den Raum werfen, Gelegenheitszuschauer, sind das die Leute, die sich Eurosport abonniert haben? Also ich weiß es nicht, also keine Ahnung, wie viele Leute machen das? Das sind doch die Hardcore-Fußball-Fans, die selbst noch eine dritte Plattform oder eine zweite Plattform bemühen, nur um diese Montagsspiele zu schauen, ja, keine Ahnung, also. Das ist mal ein guter Punkt. Das ist durchaus richtig. Ich finde es einen sehr interessanten Punkt. Diese Aufteilung über die verschiedenen Plattformen haben wir ja durchaus auch erst dieses Jahr. Ja, aber diese Montagsspiele ja auch und dann finde ich, das ist eigentlich ein interessanter Punkt, der eigentlich noch gar nicht so angerissen wurde. Das ist von der DFL auch nicht zu Ende gedacht. Weil wenn, was der Marvin sagt, das ist ja echt logisch eigentlich, weil du hast A, ein Montagsspiel, was normale Fußball, also wirkliche Hardcore-Fußball-Fans, also könntest du, glaube ich, schon vorher ohne Marktforschung hätte ich denen das präsentieren können, dass das nicht gut ankommen wird, zumindest bei Hardcore-Fußball-Fans. Gleichzeitig vermarktest du aber eben jene Montagsspiele über einen einzelnen Kanal, was dazu führt, dass eben der Gelegenheitszuschauer nicht genau das abonnieren, sondern die Hardcore-Fußball-Fans. Und das wird dann sehr interessant, weil du ja, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir so eine breite Masse an Menschen vorstellen kann, die es geil finden, dass montags gespielt wird, aber gleichzeitig, ja, sie bereit sind, sich dann auch Sportplayer zu kaufen. Das sind, ich glaube, die Schnittmengen sind schon größer, zu sagen, okay, Leute, die wirklich alles schauen wollen, haben vielleicht auch ein Gespür dafür, dass sie es montags eben nicht wollen. Und ja, das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, das ist an der Stelle aber auch so ein bisschen abhängig davon, wie divers dieser Markt halt in der Tat ist. Also solange du nur irgendwie vielleicht zwei oder drei, ja gut, bei drei wird schon kritisch, aber ich sage mal, solange du nur zwei irgendwie hast, wo du jetzt mal sagen, du müsstest wählen zwischen, was weiß ich, Sky und The Zone oder irgendwas. Ich glaube, das würden die Leute noch machen, zumal du ja eigentlich auch damit rechnen musst, dass generell diese Aufteilung über irgendwie, da gucke ich hier Serien irgendwie bei Netflix und da bei Amazon und tralala, das ist ja sowieso, verbreitet sich ja sowieso immer mehr. Also ich glaube, bei zwei Plattformen würden die noch mitgehen, bei drei wird es wahrscheinlich schon wieder schwieriger. Ich mache mir nur gerade eben so ein bisschen die Sorge, welche, welche anderen Dinge dann so ein großer Anbieter wie Sky noch ins Programm holen muss, um den Gelegenheitsfan, der halt eben einen Großteil vielleicht noch da guckt, dann irgendwie da dann quasi diesen Ausgleich für die fehlenden Montags- und Freitagsspiele dann da noch irgendwie bekommt. Wahrscheinlich sehen wir demnächst irgendwie Matze Knob und Franz Beckenbauer gemeinsam in der Halbzeitanalyse. Eine graue Vorstellung. Ja, aber ich finde schon, also es ist wahrscheinlich eher so der Hardcore-Fenn, der den Eurosport und dies und das hat. Zumal das Programm ja auch da so gemacht ist. Also Henkel und Sommer ist ja nicht Sky. Sky, Sky muss man ja mal sagen und ich muss mich da auch nicht entschuldigen, aber ich muss auch mal ein bisschen, ja, die ganz scharfe Kritik, die ich immer hatte bei Sky, muss ich ein bisschen zurückrudern im Sinne von nicht, dass ich die Qualität gut finde, aber wahrscheinlich ist das genau die Qualität, die die breite Masse will. So traurig, wie das klingt und die machen damit wahrscheinlich sogar alles richtig. Mit Sicherheit. Man muss, glaube ich, bei dieser Kritik an Sky mittlerweile differenzieren zwischen wie kommt es bei mir an, wie kommt es bei allen an. Das ist wahrscheinlich so. Wahrscheinlich ist das, das RTL-Niveau und hier, ja, Stefan Raab und wie sie, ach, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Wir sind halt nicht deren primäres Zielpublikum. Das ist halt einfach so. Wenn wir das wehren, dann würden wir wahrscheinlich unter der Woche hier die Runde nicht machen. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie, wir würden ganz gern FAZ für Ton lesen, haben aber die Bild-Zeitung. Weißt du? Und das ist halt dann auch genau das Problem. Du kannst halt bei, du kannst halt bei, bei der Bild-Zeitung keinen FAZ-Verhöhung erwarten und so ist es halt dummerweise auch, dass du bei Sky halt kein Fußball-Expertentum per se erwarten kannst, wo es so fachliche Dinge geht, sinnvoll und humoristisch wertvoll aufbereitet. Das ist halt nicht genau das Ding, sondern es geht für die breite Masse, für die Bild-Zeitungsleser, sag ich mal, die einfach sich seichte Unterhaltung im Fußball-Kontext wünschen, auf einer möglichst breiten Masse, aber auch gleichzeitig nicht wollen, dass ihr Weltbild angekratzt wird, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Das ist hier der Wohlfühlfaktor des Fußballschauens. Da geht es, deswegen wird ja auch so wenig um ernsthafte Themen dort gesprochen. Was ist denn da, was passiert denn da? Da gibt es ja jetzt keine gesellschaftlichen Umwerfungen, die da besprochen werden. Wann hast du mal bei Sky irgendwas von einer Rassismus-Debatte oder so, sag ich mal, großartig gehört oder so. Da wird höchstens mal irgendwie, da werden manchmal alte Herrenwitze gemacht und da wird hier so ein paar Zoten und der Kalli ist auch noch da und erzählt lustige Dinge und der Lothar erzählt irgendwie, wie... Der Lothar ist Top-Expert, das muss man sich trotzdem... Ja, genau. Und es ist halt, es ist halt, es ist Entertainment für die Leute, die, denen das gefällt. Das sind glaube ich viele, ich glaube Skype macht damit... Ja, ist es. Die machen das wahrscheinlich gut trotzdem. Also es ist wahrscheinlich so, habe mich letztens mal ein bisschen mehr da eingelesen, die scheinen ja auch immer, die Zahlen stimmen ja scheinbar, zumindest sind die auf dem Weg dann. Das ist, ja, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu sehr immer an seiner Blase ist, weil ich glaube trotzdem, dass es noch mehr Leute gibt, ja, die RTL schauen, statt sich irgendwie Netflix-Serien anzuschauen oder irgendwie ihr Programm selber auswählen. Das ist halt auch einfacher, ja. Ja, und du kriegst es ja auch immer wieder mit, du kriegst es ja immer wieder mit, wo man denkt, an welchen Stellen, welche Debatten, wie weit fortgeschritten sind und du denkst, boah, da seid ihr noch an dem Punkt hängen geblieben, wo du denkst, das ist ja ein bisschen, ja, muss man sich dran gewöhnen, das finde ich, ich finde das anstrengend, ich wollte eigentlich auch mich nur was geil entschuldigen, wollte es jetzt nicht wieder anfangen, dass wir hier unsere berühmten gesellschaftlichen Debatten starten, auch wenn mich das trotzdem immer weiter umtreibt, was so los ist. Gerade, wenn wir vielleicht später noch dazu kommen, wenn es auch um solche Belange geht, die der René eben angesprochen hat mit Fanprotesten, aber da kann man aber auch zum Beispiel mal nach Hannover schauen, wenn Gerhard Schröder meint, sich über die Ultras Hannover äußern zu müssen, in einer Weise, von wegen, oh, ich brauche hier niemand, ja, da können wir vielleicht sehen, wohin der Zug irgendwann fährt. Frage ist, ob wir vorher aussteigen können. Hannover ist doch, Hannover ist doch der, der Klassenprimus, wenn es um den Umgang mit Fans geht. Kleiner Spoiler für künftige oder kommende Kategorien in dieser Familiensendung hier. Ja, sage ich ja, und das sind trotzdem Themen, die, die, ja, die machen mir jetzt keine Angst, aber die finde ich bedenklich, wenn ich sehe, dass von nicht unbeträchtlicher Seite der Umgang mit Kind, also der Umgang von Kind mit den Fans und Hannover, auch prominent unterstützt, wie der, ja, wie der, wie der was für einen Anklang der findet. Und da siehst du ja trotzdem, was gesellschaftlich möglich ist, gewisse Gruppen einfach, die dir unliebsam sind, zu entfernen. Und das wird ja dort geschehen. Das soll jetzt gar keine Wertung sein, weil ich mich zu wenig in dem Thema drin bin, was da genau passiert ist und passiert und wie. Aber ich finde es ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Aber wir sehen es ja in ganz vielen Stellen. Also von hier. Grüße. So, sollen wir dann mal Veronica Ferris und so, wie so einer Maschmeyer, die ganzen tollen Leute da. Fickt euch. Grüße. Nein, was? Sorry. Ja, geschickt verpackt, wunderbar. Sollen wir dann mal auf das kommende Spiel schauen? Da ist ja eben jene angesprochene Mannschaft, der kommende Gegner, Hannover, am Samstag. Mal wieder zu Hause. und ich habe mal geguckt, Hannover war in den letzten zehn Spielen in der Ferne nicht so wirklich erfolgreich. Ja, also Hannover ist eine Mannschaft, die eigentlich, also jetzt nur vom reinen Spiel her schnell, eine ganz ordentliche Konstitution hat, den ich auf jeden Fall zutraue, hier ganz relaxed durch die Liga zu gehen. Ich meine, bei 24 Spielen 32 Punkte als Aufsteiger auch eine richtig solide Sache, finde ich. Das Problem ist aber, gut, natürlich ist immer wieder so eine kurze Downphase, jetzt verlierst du zu Hause gegen Gladbach. Du kriegst kein wirkliches Muster momentan rein, aber für einen Aufsteiger ist das ja alles total in Ordnung. Ja, wenn ich mir die letzten Partien so angucke, ja, wie gesagt, Sieg, Niederlag, Sieg, Niederlag, zack, 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 alles kein Drama. Aber was ich problematisch finde bei Hannover oder für Hannover vielmehr ist die Tatsache, also jetzt abgesehen davon, dass halt jetzt die letzten Spiele jetzt, der letzte Sieg ist glaube ich irgendwie zwei Spiele her. Aber was ich problematisch finde, ist die Tatsache, dass sie sich gar nicht auf das Spielerische konzentrieren können, was Basti eben schon angesprochen hat. Hier wird im Endeffekt gar nicht über Fußball-Bundesliga in dem täglichen Kontext gesprochen, sondern was ich so mitbekomme, ist sehr, sehr viel Reibung ein entnervter Horst Held, der überhaupt keinen Bock hat auf diese ganzen Einmischungen von Kind, diese ständigen Schwierigkeiten, wo Kind sich auch gegen die Fans stellt, wo er kurzfristige Treffen mit Fanvertretenden abgesagt wird von Kind und so weiter und so fort. Eine sehr, sehr toxische Situation, die wieder bei den Hannoveranern herrscht und die, glaube ich, gar nicht so richtig auf das Spiel konzentrieren. Wahrscheinlich sehe ich das zu sehr im Fernkontext. Ich glaube, weiß nicht, wie viele Spiele da wirklich betroffen werden, aber sowas schwappt halt doch auch ein bisschen über. Ja, ganz eindeutig. Also, genau. Also, es gab ja irgendwie erst letzte Woche war ja die Aussage, dass dieser Fan-Protest oder dieser Stimmungs-Ballkott ausgesetzt wird. Jetzt haben sie ihn ja im letzten Spiel wieder angefangen, weil ja diese vereinbarte Podiumsdiskussion irgendwie kurzfristig von Kind abgesagt worden ist. ja, also ich denke schon, dass ich das halt einfach, gerade auch, weil es ja so lange geht, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie das erste oder das zweite Mal ist, aber das ist ja schon etwas, was sich ja schon seit Längerem da hin und her bewegt. Das hat ja in der zweiten Liga schon angefangen. Und ich glaube einfach schon, dass das Auswirkungen auf die Spiele hat. Also, es wird ja auch nicht nur im Stadion sein, sondern diese Proteste oder dieser Boykott, der wird sich ja dann auch an anderer Stelle zeigen im Rahmen des Trainings und so weiter. Also, das wirst du, glaube ich, schon ganz deutlich da irgendwie mitkriegen und du ganz unbeeinflusst bist du davon, glaube ich, als Spieler nie. Ja, das weiß ich nicht. Wünschen wir uns vielleicht, manchmal ist es aber auch gar nicht so. Vielleicht interessiert die das auch überhaupt nicht. Mein Problem, was ich mit Hannover habe und der Bewertung von Hannover ist, dass ich, als ich im Rasenfunk zu Gast war, natürlich in Vorbereitung mir mehr Spiele als sonst angeschaut habe, weil ich eigentlich in der Bundesliga so ein bisschen an mir vorbeirausche, wenn die Eintracht nicht nur, sondern gucke eigentlich nur die Eintracht-Spiele. Hab die aber dann natürlich ausgerechnet auf Schalke gesehen, wo die unentschieden gespielt haben und wo die auch noch hätten gewinnen können und da haben die echt sehr, sehr klug gespielt und haben diese wenigen Räume, die Schalke selbst zu Hause lässt, haben die gut bespielt. Die sind immer zwischen die Viererketten gekommen bei Schalke, haben kluge Bälle gespielt, sind am Ende ja dann auch noch zum Tor gekommen und das gegen eine Schalker Mannschaft, die du auch auswärts erstmal schlagen musst, weil die auch zu Hause, glaube ich, nicht so offensiv spielen und das ist so der Eindruck, den ich von Hannover noch habe. Das ist wahrscheinlich falsch. Ich will nur darauf hinweisen, dass die trotzdem auch wissen, weil du gemeint hast, die haben auswärts, waren die nicht so erfolgreich, die wissen aber schon, wie die spielen müssen und Breitenreiter ist, glaube ich, ein Trainer, der, ja, das ist kein Übertrainer und ich glaube, Schalke war auch eine Nummer zu groß für ihn, aber ich glaube, nach Hannover passt der perfekt und der lässt dann Fußball spielen mit Anlaufen und Verschieben und Pressing, der der Eintracht auch wehtun kann, weil halt Mannschaften, die tief stehen und aggressiv sind, siehe Augsburg, siehe Stuttgart, uns wehtun können, deswegen wird das ein ganz, ganz, ganz hartes Stück Arbeit, glaube ich, unabhängig von der Auswärtsbilanz von Hannover. Also ich glaube, den Punkt können wir festhalten, es wird definitiv kein einfaches Spiel, die werden uns mit Sicherheit nicht viele Räume anbieten, sondern die werden auch sehr stark ins Gegenpresschen gehen und halt einfach viel die Räume zustellen, vielleicht nicht ganz so massiv wie Stuttgart das am vergangenen Wochenende gemacht hat, aber es wird schon schwierig werden und dementsprechend wahrscheinlich einfach spielerisch nicht so der Hochgenuss, aber wenn du als Eintracht da irgendwie Ambitionen hast, da oben irgendwo so unter den ersten sieben, acht Plätzen zu stehen, dann musst du da halt einfach die Punkte mitnehmen, da führt kein Weg dran vorbei. Und das finde ich ist mit Ausrufezeichen zu versehen deine Aussage, weil es genau das ist, wir müssen natürlich nicht, also wir müssen immer noch wissen, okay, wie sind die Eintracht, diese Saison ist gut, wir werden auch so ein bisschen nach oben gespielt durch diese Durchschnittlichkeit, die das Mittelfeld in der Bundesliga gerade hat, aber wir müssen ja nicht zu Hause in Hannover gehen, also wir sind ja in einer sehr komfortablen Position, dass wir auf jeden Fall nicht mehr absteigen können, das schon mal festzuhalten, wir sind in einer komfortablen Position zu sagen, okay, wir haben auch viele Spieler weiterentwickelt, die jetzt schon einen gewissen Marktwert generiert haben, das wird sich wahrscheinlich, wenn wirklich nicht die Hölle zufrieden, auch nicht großartig ändern, das heißt, wir müssen nicht da gewinnen, aber wie du es gesagt hast, wenn die Marschrichtung wirklich ist, zu sagen, und langsam müsste man vielleicht das Schiff auch in die Richtung lenken, auch, ja, mit dem Auftreten auf den Platz und neben dem Platz zu sagen, okay, wir warten noch, vielleicht warten wir noch die nächsten drei Spiele, Hannover, dann in Dortmund und dann zu Hause gegen Mainz, vielleicht wartet man die auch noch sogar ab, vielleicht ist es auch ganz gut, aber dann müsstest du langsam, müsste der Käpt'n die Durchsage machen, wohin das Schiff fahren will, und wenn das wirklich die ersten sieben Plätze sind, dann musst du zu Hause gegen Hannover gewinnen, Punkt. Dann solltest du zu dem Zeitpunkt zu Hause gegen Hannover gewonnen haben. Ja, solltest zumindest, der Käpt'n weiß hoffentlich jetzt schon, wo er hinfahren will, bevor er uns das sagt. Ja. Da sollte keine willige Diskussion in der Führerkabine, so, was machen wir denn, die Scheiße. Ja, also da solltest nicht irgendwie dir Gedanken machen, wie du mit dem Gebieter umgehst, wenn du mittendrin stehst, sondern dann vielleicht schon vorher. Nein, es ist auch gut, dass sie es jetzt noch nicht machen. Die werden intern anscheinendlich auch mal schwätzen, also da, Bobitz, Schübner und Kovac werden sich ja mit Sicherheit ab und zu mal treffen und sagen, hier Leute, da ist was drin, lass uns das aber auch vielleicht nicht an die Mannschaft so heran, damit die sich nicht verrückt macht, lass das auch nicht an die Fans heran und an die Öffentlichkeit, weil am Ende des Tages kriegst du es dann um die Ohren gehauen, wenn du jetzt hier großkotzig irgendwas sagst. Muss ja auch, das kennen wir ja hier auch in Frankfurt von Bruchhagen, der hier vom modernen Städte-Kampf immer gesprochen hat, aber was ich begrüßen würde, wenn wir jetzt dann trotzdem ein bisschen anders machen, wenn wirklich die Richtung den letzten drei Spielen, keine Ahnung, lass es vier, fünf, sechs Punkte sein, dass man dann sagt, okay, go, wir ziehen jetzt die letzten sechs, sieben Spiele, geben wir Vollgas und wir probieren es jetzt und wenn es dann nicht klappt, klappt es nicht, aber dass auch dieser Fokus in den Spielern drin ist, dass eben so ein Spiel wie in Stuttgart nicht stattfindet, weil wenn du das Ziel vor Augen hast, zu sagen, Leute, wir ziehen es jetzt durch, wir haben jetzt noch diese XY-Zahl an Spielen, das haben wir alle noch drin, das haben wir alle noch in den Knochen, wir haben trotzdem keine Europapokalbelastung und dann ziehen wir es jetzt durch, egal was bei rauskommt und du hast ja gesagt, René, wenn wir es dann am Ende nicht schaffen, weil der Ball an den Pfosten geht oder der Videoschiedsrichter scheiß baut, wir haben aber gekämpft, dann kannst du sagen, gut, wir haben den Sturm auf Europa probiert, hat es aber nicht funktioniert, wenn du dich aber so ein bisschen ein Null nähst wie in Stuttgart und jetzt gegen Hannover denkst, mal schauen und dann fährst du nach Dortmund und dann kann man auch verlieren und dann gemeinst zu Hause ist auch unglücklich in dem Abstiegskampf, dann geht das ganz schnell, wir werden ja hier bestimmt an dieser Stelle auch drüber reden, ich bin gespannt, was wir nach dem Mainz-Spiel hier zu besprechen haben. Das ist noch ein bisschen hin, genau, aber es wird auf jeden Fall keine, die Diskussionen werden nicht langweiliger werden, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist so schön wie grausam zugleich, lieber. Für dich auf jeden Fall. Genau, aber was machen wir denn jetzt gegen Hannover? Boateng kommt wieder, ist Mascarell auch wieder fit? Das ist bei der Eintracht immer die große Frage, ne? Ich frage ja euch. Ja, ich würde jetzt... Befürchtung nein? Ja, denke ich auch erstmal nicht, ich hoffe es trotzdem, ich plane gedanklich schon mit ihm, ja, ich denke, vielleicht packt man da nochmal kurz vor dem Spieltag was aus, wissen wir noch nicht genau, ansonsten ist es schon mal wichtig, dass Boateng wieder da ist. Hm. Ja. Ja, das definitiv, ich würde auch sagen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Ausstellung gehen, also Bradecki, klar, ist da, sitzt, steht im Tor, ähm, so die Dreierkette, jetzt hier, Abraham, Hasebe, Salcedo, hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ja, aber Hasebe war ja, glaube ich, eher davor. Stimmt, der war jetzt, der war mehr davor. Der Russ war ja da. Ja, ich würde mit Hasebe in der Mitte, Abraham und Salcedo in der Dreierkette spielen. Ja. Und Falet draußen lassen, ne? Ja. Ja, der ist, der hat immer mal wieder gute, äh, gute Momente, das ist vielleicht so ein Punkt, den wir in dem Stuttgart-Spiel, ähm, noch vergessen haben, den können wir hier spontan noch einschieben. Er hat schon Glück gehabt, dass Kentner da die gelbe Karte bekommen hat und er nicht da irgendwie einen Karton gesehen hat. Also diese Nachtritt-Aktion, gut, die war jetzt vielleicht in Realgeschwindigkeit auch schwierig zu sehen, aber eigentlich stand der Schiedsrichterassistent da schon sehr optimal. Da hat er schon so ein bisschen Glück gehabt, fand ich. Ja, also ist schwankend, würde ich von daher auch erstmal rauslassen. Also von daher Abraham, Hasebe, Salcedo ist für mich da eigentlich eine ganz gute gesetzte Abwehrreihe. Ja, also ganz klar, ähm, sehe ich genauso, sehe ich genauso, aber andererseits muss man halt auch mal sagen, dass, ach, wieso ich tue mir so ein bisschen schwer, ich, irgendwie, ach, naja, gut, nee, ich soll es nicht, nicht sagen. Ich ärgere mich immer noch, dass wir keinen Entferdeidiger im Winter verpflichtet haben. Ja, gefällt mir alles. Mir gefällt es auch nicht, aber du kannst halt daran jetzt auch erstmal nichts ändern. Nee, kann nichts mehr ändern, deswegen, deswegen wollte ich, genau, bin ich ruhig. Genau. Kann irgendwie fühlen, was ich da mal sagen wollte. Ja, ich habe da auch seine, auch seine Theorie. Gut. Ja, jetzt wird es, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr macht. Ich würde Wolf auf jeden Fall wieder komplett auf die Außen setzen. Der war für mich da auf dieser Halbposition gegen Stuttgart verschenkt. Der muss komplett raus an die Linie. Und auf der anderen Seite dann Chandler. Ich, ja, das ist, ich finde es sehr schwierig. Ich habe irgendwie, jetzt Bauchgefühl, dass ich Williams mal gerne wieder sehen würde. Ich weiß aber auch, dass es dann zu großen Verschiebungen kommen würde, deswegen, tue ich diesen Wunsch mal zurückstellen. Auch wünschen kannst du dir, was du willst. Ja, aber wie würdet ihr denn stellen? Also du würdest, du würdest rechts, so auf links Chandler. Marvin? Ja, können wir auch mal so machen, klar. Ich würde rechts Chandler, ich würde Chandler wieder nach rechts ziehen und, äh, Williams auf links ziehen. Und mal wieder die Flanken, ja, nicht inverse zu haben, sondern, wieder Fuß gerechte Spieler. Mhm. Dann haben wir unsere Fünferkette wieder. Mhm. Okay. Davor? Oder dazwischen? Je nachdem. Ja, ist jetzt die Frage, was für ein System wir spielen wollen. Also wir haben jetzt die Fünferkette. Also Boatengen, ist klar, der steht da irgendwo in der Mitte. Also ich würde Rebic alleher, würde ich lassen. Mhm. Ja, dann haben wir, ja, das ist jetzt, wie bitte? Gibt es für mich auch nichts, auf jeden Fall. Und ja. Funktioniert ja recht gut. Jovic hat ja durchaus gezeigt, dass er jetzt kein absolut konträrer Spieler im Vergleich zu Haller ist. Sie sind ja vom Typ her relativ gleich. Und auch wenn Haller gegen Stuttgart jetzt so ein bisschen nicht zum Zug gekommen ist, würde ich ihm da trotzdem erstmal den, den Benefit geben. Von Anfang an. Ja, Rebic ja so, und dann haben wir noch drei fürs Mittelfeld. Also ich würde dann auch wieder wahrscheinlich wie in Stuttgart mit zwei Achtern in einem Sechser spielen. Dann ist ja halt jetzt die Frage, vielleicht sollte man Stabilisation sogar, ja, wenn man es gerell nicht kann, vielleicht Fernandes sogar spielen lassen. Mhm. Und dann, dann Boateng und Wolf. Würde ich trotzdem drin lassen. Wolf dann aber auch immer wieder, dass er auch recht rausrennen kann, dass Rebic mal links geht, dass du quasi mal situativ vielleicht einen Dreiersturm hast und nur den Prinz im Mittelfeld hast. Also kann man uns schon ein bisschen was mitspielen, glaube ich. Kurz zu Haller, ich will ganz kurz was zu Haller auch noch loswerden. Ich habe bei Haller das Gefühl, dass viele Leute den schon kritisieren und der viele Leute nervt. Und das verstehe ich nicht, da würde ich gerne mal was dagegen sagen, dass man sich mal klar machen muss, dass der Junge hier neu zu uns gekommen ist für nur sieben Millionen Euro, jetzt zwölf Tore und sechs Vorlagen gemacht hat. Grüße an den Julian. Also das sind, das ist schon eine Hausnummer. Und ich finde, dass man dem auch die eine oder andere Situation verteidigen kann. Bei seiner Körpergröße sieht das wahrscheinlich immer mal ein bisschen unglücklicher aus, wenn er einen Ball vertändelt. Aber dieser Junge hat eine bessere Technik, als viele Leute das zugeben wollen. Und ich würde gerne, dass er jetzt eigentlich Stammstürmer bleibt, weil Jovic mich in den Spielen, wo er die Chance hatte, nicht vollends überzeugt hat. Also nicht komplett. Und ja, Alain ist für mich auch ein Kandidat, der wahrscheinlich im Sommer vielleicht uns sogar viel Geld einbringen wird. Und ich hoffe, dass er jetzt die Kurve wieder ein bisschen kriegt. Er war jetzt auch mal draußen, das ist auch bestimmte Rotation geschuldet. Aber ich wollte auch nur damit sagen, ich will ihm noch die Stange halten. Grüße. Ja, also bei allem Respekt, warum denn nicht? Also ich finde, Alain ist doch auch total präsent. Der ist nicht immer derjenige, der sich tausend Chancen erarbeitet, aber der ist trotzdem sehr richtig. Der läuft viel, der geht gut an den Gegner ran und der hat einfach schon eine körperliche Präsenz, die dem Spiel absolut gut tut. Also für mich gibt es gar keinen Grund, Alain irgendwie in seiner Position irgendwie in Zweifel zu stellen. Das würde ich mal sagen. Also ich finde, der spielt eine richtig gute erste Bundesliga-Saison bei einem Verein in der Liga, wo man sagen kann, ja, das ist schon nochmal eine andere Qualität. Super, also gibt es nichts, gibt es nichts zu sagen. Es gibt immer mal teilweise Spiele, wo er vielleicht zu sehr untertaucht, wo andere aber Spiele auch ihre Probleme haben. Also für mich gibt es ja ehrlich gesagt nicht wirklich einen Grund, irgendwie hier eine Auswechslung zu betreiben. Seine Werte sind sehr, sehr gut und er ist wichtig, weil er auch mit einer Stärke, die er hat, gut gegen den Gegner geht. Er rammt da manchmal rein. Das ist natürlich auch so, dass die Abwehrspieler sich denken, okay, jetzt müssen wir schon ein bisschen aufpassen hier. Finde ihn sehr, sehr wichtig. Ja, also hätten wir damit unsere Aufstellung oder gibt es Gegenmeinungen? Ja, man könnte natürlich auch mal denken, okay, vielleicht hauen wir Fabian einfach mal rein für, wie haben wir denn jetzt, vielleicht Boateng dann auf die 6 und Fabian und Wolf oder Wolf kommt mal, ja, keine Ahnung, also da sind ja Gott sei Dank noch die ein oder anderen Optionen vorhanden. Es gibt ein paar Spieler, es gibt ein paar Spieler, über die kann man halt nicht diskutieren und da würde ich Ribic und Allaire vorne einfach auch dazu zählen und also wenn wir uns letzte Saison gewünscht haben und gesagt haben, ey, man muss Gatschinovic mit durchziehen, dann haben wir jetzt, hier sind wir in einer Situation, wo wir ein paar Spielern auch mal ein oder zwei schlechte Spiele genehmigen sollten, weil man so ein bisschen das große Ganze im Blick halten soll. Auf jeden Fall, ich sehe das ganz genauso und damit muss jetzt auch mal Schluss sein, weil wir können nicht andauernd immer hier tausendfach alles kritisieren, wir müssen auch mal ganz klar festhalten, das ist eine Mannschaft, die diese Saison zum ersten Mal, also das ist die erste Saison, wo sie einigermaßen so alle zusammen spielen und für das, was jetzt schon auf der, was die schon gezeigt haben, ist es extrem überraschend, positiv und da kann, da ist jetzt auch das ein oder andere negative Spiel, darf jetzt nicht dazu führen, dass wir alles komplett kritisieren und es guckt uns jeder, der hinter unserer Tabelle guckt uns an und denkt, was ist milde euch los, ihr seid Frankfurter, dass ihr auf der 4 steht, ist sowieso Wunder genug und dann beschwert ihr euch bei jedem Spiel, nee, wir müssen die Problempunkte ansprechen, aber jemandem wie Allaire oder auch anderen Spielern, die man einen kurzen Durchhänger hat, das muss denen zugestanden werden, problematischer sehe ich dann Leute wie Gacinovic, die es leider aktuell nicht so auf die Kette bekommen, die auf eine längere Zeit irgendwie unter ihrem Niveau bleiben, finde ich, darüber muss man da mal sprechen, darüber muss vielleicht aber auch über das Training wieder was gesteuert werden, da Kostner auch leider wieder ein bisschen schlechter gewesen, das sind so die Dinger, da würde ich eher mal sagen, lieber hier mal schauen, dass das wieder läuft, damit die wieder zu einer guten Alternative werden, also bei der Kostner ist es nicht ganz so, der war es, aber Gacinovic läuft für mich momentan ein bisschen unter Fernerliefen, das muss wieder besser werden. Ja, ist richtig. Was ist, über wem wir fast gar nicht mehr reden, was ein bisschen merkwürdig ist, Stendera ist komplett auch raus, man merkt das auch so ein bisschen, dass er aus unseren Überlegungen dann rausfällt, weil er gerade als Mascarell und Boateng ausgefallen sind. Trotzdem keinen Vorzug bekommen hat er. Ja, das ist schon ein deutliches Zeichen, finde ich. Das ist ein so deutliches Zeichen, dass ich fast denke, der Junge wird uns zum Ende der Rückrunde verlassen, ja. Ja, würde ich auch was ausgeben, er findet halt einfach keine Positionen und keinen Gegenwert in der aktuellen Spielweise. Stand jetzt natürlich. Stand jetzt, ja, ist ja natürlich auch mit Blick auf die nächste Saison die Frage, wie generell der Umbruch im Kader ist, also gibt es da irgendwie größere Abgänge oder irgendwas, dann könnte das natürlich nochmal irgendwie anders da aussehen, aber. Das ist aber eine interessante Frage, weil du kannst dem ja auch nicht sagen, ja, du spielst jetzt nicht mehr und wenn es hier, wenn der verletzt ist und der spielst auch nicht mehr, aber hier nächste Saison, wenn du Mascarell weggehst, dann kannst du da, das lässt er ja dann wahrscheinlich nicht mit sich machen. die Frage ist ja dann auch so ein bisschen, damit kommen wir ja wieder so zu diesem Punkt von Fuhind, welche Marchrichtung gibt sich der Verein jetzt zum Ende der Saison und damit ja auch so ein bisschen die Implikation setzt fürs nächste Jahr, weil wenn du dieses Jahr sagst, jetzt tatsächlich nach drei, vier, fünf Spielen jetzt noch, okay, Arschlecken, wir gehen, jetzt in Richtung Europa und wir wollen das, dann setzt du für mich halt auch so ein bisschen die Implikation, dass du im nächsten Jahr ja mal mindestens auf gleichem, wenn nicht sogar noch auf höherem Level da irgendwie mitmachen willst, weil sonst brauchst du ja eigentlich auch nicht anzutreten, wenn du sagst, na wir haben es probiert und im nächsten Jahr spielen wir halt wieder irgendwie gegen den Abstieg. Das funktioniert ja an der Stelle dann auch irgendwie nicht. Ja, aber gut, was willst du denn bei 39 Punkten aktuell anderes machen? Dann kannst du doch eigentlich nur sagen, wir wollen nach Europa, wir wollen jetzt komplett alles in die Waagschale werfen. Ich meine, was ist denn die Alternative? Also, dass du zurückfallen kannst du immer, aber es muss doch jetzt schon deutlich sein und ganz klar sein, dass das Ziel schon dahingehend ist, nicht Platz 10 zu sichern, sondern dass wir in die Euro-League oder in den Champions League kommen. Die Frage ist ja jetzt eher, wie stark forcierst du das Thema? Das war ja der Punkt, den wir für ihn hatten. Gehst du jetzt quasi mit einer vollen Breitseite 10 Spieltage vor Schluss raus und hängst quasi selbstliche Plakate hin oder verhinderst du nur halt einfach nicht, dass halt einfach die Ideen entstehen? Für mich total hypothetische Diskussion, die absolut realitätsfremd ist. Jeder der Spieler muss doch jetzt 10 Spieltage vor Schluss wissen, dass es hier um alles geht, dass es die Möglichkeit gibt, ins ganz Große zu erreichen. das ist die einzige Frage ist doch nur, ich muss das nicht vor Medienvertretern sagen. Genau, das meine ich ja damit. Aber das ist doch total irrelevant. Das ist doch, das so erzeugt, also vor Medienvertreterstellen erzeugt erstmal nur Druck, aber intern, das ist das Wichtige. Ja, okay. Ja, weißt du, aber vor Medienvertretern. Dann habe ich mich an der Stelle vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt, das ist nämlich genau das, was ich meine. Klar, intern wird man diese Diskussion seit längerem führen und wird den Leuten auch ganz klar sagen, von wegen, pass auf, so ist die Situation, hier ist alles drin, aber du wirst nach außen hin jetzt nicht in der Pressekonferenz mit wehenden Fahnen und Fackeln dastehen und jetzt zehn Spieltage vor Schluss in der aktuellen Situation von international sprechen, das war meine Das brauchst du nicht und das solltest du auch nicht, du bist schon hier immer noch, du bist immer noch Eintracht Frankfurt, du bist schon immer noch der Underdog, wenn es um die Plätze, internationalen Plätze geht und das würde ich, solange es irgendwie möglich ist, genauso halten. Das würde ich, solange es irgendwie möglich ist, zu sagen, ja, die anderen, aber wir wissen ja, dass sie ein bisschen besser aus, aber kannst du immer sagen, aber wir sind momentan gut im Lauf und meine Spieler geben Vollgas und ich, und wir wollen einfach sehen, was wir hier rausholen, das kannst du immer sagen, aber dass du jetzt mit breiter Brust sagst, wir wollen jetzt in die Champions League, das sind Moves, die immer nur, und das wissen wir als Frankfurter sowieso, die gehen immer nur nach hinten los, ja, wenn wir als die erste Saison nach dem Abstieg, wo wir dann gesagt haben, wir wollen wieder ganz klar die Bundesliga stürmen, was weiß ich, ja, das Arschgeleckt, das war schwieriger als gedacht alles, ja, also insofern solche Aussagen breitbeinig hinstellen und sagen, wir wollen das und das, das geht immer nach hinten los, schön die, schön Understatement, klar wissend, welche Leistung man bringen kann, aber die Favoritenrolle so weit wie möglich wegschieben, denn da sind immer noch andere Player am Start, die müssen stolpern und wir müssen ausnutzen. Genau, und zu dieser Diskussion kamen wir eigentlich bei der Fragestellung, findet Stendera im aktuellen System noch einen Platz und wird er nächstes Jahr noch da sein, was wir beides mit Nein beantwortet haben. Es sieht sehr, sehr schwierig aus, weil wenn du irgendeine Position erreichst, die dich ermöglicht, noch neue Spieler zu kaufen und dann, das heißt, Kovac bleibt, was willst du denn ihm dann erzählen, ne, das ist halt extrem schwierig. eigentlich Stendera würde für die Eintracht wahrscheinlich nur noch relevant werden, wenn es im Verlauf dieser Saison nicht mehr wird, nur noch mit einem neuen Trainer, der ein neues Spielsystem hat. Beides sehe ich aktuell einfach nicht. Insofern wird es schwierig. Vielleicht kann er sich nochmal über das Training anbieten, ich wage es zu bezweifeln. Ja, oder halt über die Variante mit verletzungsbedingten Ausfällen, die wir aber auch gerne nicht haben wollen. Ja, vielleicht geht er aber auch hin zu Kovac und sagt, hier, ich muss ein bisschen smarter werden, ich will ein bisschen smarter werden, ich will mich umschulen, ich will vielleicht eine Option für das defensive Mittelfeld werden. Ja, keine Ahnung, genau sowas kannst du ja dann schon machen. Da muss er, aber er ist gefragt, es ist seine Karriere, er muss langsam sehen, dass er nicht so vorankommt, wie er sich das selber wünscht, aber wir wissen natürlich auch umständlich, dass er nicht, sag ich mal, kein Ernährungsexperte ist, dass an gewissen Stellen so die Einstellung vielleicht nicht so da war, wie man sich so von muss der Profi wünscht und da ist er gefragt, mehr als alle anderen, alle Möglichkeiten zu nutzen, um wieder eine relevante Option zu werden. Ich glaube, das muss ihn jetzt auch irgendwo treffen und genau diese Reaktion erhofft man sich dadurch, dass man ihn nicht nur auf die Bank setzt, ja, sondern ihn wirklich außen vor lässt. Als du gerade eben gesagt hast, er will sich umschulen lassen zum defensiven Mittelfeld, hatte ich so diese Déjà-vu-Erlebnis mit, von wegen, alle Spieler müssen zum Sechser werden. Ja, ja, ist ja so. Fürchterlich. Sag doch sowas nicht. Sag doch sowas nicht. Sag mir lieber mal, was du gegen Hannover tippst. Ach komm. Hau einen raus. 2-0 für die Eintracht. 2-0 für die Eintracht. Basti? Pessimist oder Optimist? 1-1. Also, Zwiegespalten. 2-0. Basti hat mich jetzt, äh, Basti sag ich schon mal, hat mich jetzt so motiviert, dass es ein klares 2-0 wird. So, in der, im Vorgespräch haben wir gesagt, wir skippen die Kategorie aktuelles. Es gibt da zwar so einiges an Transfergerüchten, aber das wäre mir jetzt ehrlich gesagt viel zu früh und viel zu unbestätigt und viel zu viel. Nein? Nein, muss ich sagen, tut mir leid, ich muss ganz kurz einhaken. Was ich nicht total fernab aller, ähm, Erwägungen finde, ist die Tatsache, dass Rigota momentan schon verlinkt wird, ähm, Richtung, Richtung, Richtung Göteborg, Schweden. Da gibt's die, da gibt's ja die Option, also er könnte zu IFK Göteborg wechseln. Die sind, glaube ich, noch bis April haben die, ähm, schwedischen Klubs die Möglichkeit, neue Spieler zu akquirieren, logischerweise, weil bei denen, weil bei denen geht's ja darum, die Spiele im Kalender hier haben und das wäre natürlich jetzt eine sinnvolle Option. Die Frage ist, will er das? Er wechselt, will wechseln von einem sehr ungünstigen Stand aktuell, weil der Eintracht zieht er, wenn man ganz realistisch sind, kein Land. Ähm, für die Eintracht wäre das, glaube ich, ein verschmerzbarer Verlust. Die Frage ist aber, ob er sich selbst eingestehen will, von der Bundesliga zurück in seine Heimat zu wechseln, weiß ich nicht. Ja, ist eine schwierige, eine schwierige Situation, aber er wird halt auf, auch auf lange Sicht bei der Eintracht, und ich wüsste jetzt auch keinen alternativen Bundesliga-Verein so spontan, wo man sagen würde, dass er da jetzt irgendwie auf, auf so einen, so einen goldenen Boden fällt. Ja, ja gut, ja, also das Problem ist halt, jetzt hast du noch die Möglichkeit halt relativ schnell wieder ins Spielgeschehen reinzufinden. Das heißt, wenn er jetzt anfängt, im April dort Fußball zu spielen und dann stell dir mal vor, das läuft gut, dann kann er im Zweifel im Winter wieder weiter wechseln. Ja, kann er wieder zurück irgendwo Richtung, ähm, ja, was weiß ich, ja, wieder Mitteleuropa oder vielleicht zur Eintracht, nicht zur Eintracht, aber in die Bundesliga zurück wechseln, ist ja alles möglich, aber das muss er sich halt jetzt klar werden. Ich glaube, dass die Eintracht einem, diesem, für sich diesem Abgang nicht skeptisch gegenüberstehen würde, was man halt auch noch sagen muss, die Weltmeisterschaft ist immer noch eine relevante Nummer. Er hat mal irgendwann Tuchfühlungen zur Nationalmannschaft gehabt, sie hat er komplett verloren, aber wenn der jetzt noch zwei, drei Monate richtig gut spielt, gibt es da auch wieder die Option, dass man sagt, naja gut, okay, für Schweden ist er doch wieder relevant. Hm. Ja. Ist schwierig. Aber es wäre dann schon kompletter Verkauf, also nicht Laie oder irgendwas, sondern wirklich komplett weg. Ja, ich gehe dann schon davon aus, ne, also das würde dann schon in einem Verkauf oder, ich glaube noch nicht immer, dass wir irgendwas mit ihm großartig erzählen könnten, lass es 500.000 sein und dann geht er rüber und dann ist die Sache vergessen. Würde ich nicht machen, wenn ich Eintracht wäre. Mhm. Weil? Weil, weil es schnell gehen kann, wir gerade, wir wissen das, dann verletzen sich zwei Spieler und dann, also ich würde den mit Durchsteppen im Sommer kann man dann schauen, aber ich würde den jetzt nicht kurzfristig abgeben. Glaube ich, also, weil, das ist wahrscheinlich aber auch meine Eintracht-Paranoia. Naja, aber ist ja vollkommen legitim, ich meine, du hast ja trotzdem immer in einer Person weniger in deinem Kader, eine Option weniger. Auch in der Position, wo wir jetzt nicht über haben, Masse, also wir haben drei, Stürmer, Agota, Aleja, Jovic, so. Dallash hofft keine Alternative. Nee, nicht wirklich. Wusel woanders rum, wer weiß, wann Maier zurückkommt, ne, also insofern, klar, muss man diskutieren, wenn, wenn Regota den ernsthaften Wunsch hat und sagt, er will, er will, er will, dann glaube ich schon, dass Bobic ihm keine Steine in den Weg legt. Ich höre aber auch jetzt nicht, dass es wirklich so sein muss, ja, also, Regota scheint der ganzen Sache nicht grundsätzlich sehr überzeugend gegenüberzustehen. Müssen wir abwarten, aber es klingt zumindest schon nach einem Gerücht, die werden schon dran sein, aber die Frage ist halt, ob er das wirklich will. Er würde wahrscheinlich ja auch weniger verdienen als in der Bundesliga, ist auch so ein Punkt, ne? Ja, gut, ich glaube, das wäre dann halt wirklich was dann, das so ein bisschen ausstechen könnte, während der Zeit, das was du angeführt hast, so die Möglichkeit, da in der nationalen Mannschaft vielleicht nochmal irgendwie Fuß zu fassen, weil da bringt dir halt das Geld, was du monatlich kriegst, also wenn du das halt wirklich willst, ohne, dass du halt Spielpraxis hast, halt auch nichts. Ja. Ja, also das wäre dann nochmal, wenn er sagt, er will da nochmal irgendwie angreifen in die Richtung, ja, ansonsten, klar, ist finanziell da natürlich eine ganz andere Liga nochmal. Alles weitere an Gerüchten, naja, da wird momentan viel gehandelt, das ist ganz wichtig für die Eintracht, dass sie sich trotzdem, sei es Radetzky, sei es Mascarell, nicht den Fokus wegtreiben lässt, also für die Eintracht ist es ganz wichtig, gerade in dieser Situation, wo Millimeter schon entscheiden können, dass du ein Spiel zu deinen Ungunsten ausgeht, müssen wir echt sehen, dass wir den Fokus weiter auf die Bundesliga treiben und von Transfergerüchten, die in den nächsten drei, vier Wochen, Monaten, noch viel intensiver werden, also das, was jetzt so langsam ankommt, dass Mascarell plötzlich, vielleicht nächste Saison wieder bei Real spielt, dass Radetzky jetzt, ja geht, das wissen wir eh schon alle, aber jetzt, ja, vielleicht doch, ja, vielleicht doch, scheißegal, wir müssen sehen, dass wir diese Bundesliga-Saison gut bestreiten und alle Nebengeräusche sind absolut irrelevant, weil die können danach noch wechseln, aber jetzt mit Transfers beschäftigen, ist toxisch und legt den Fokus weg von dem, was wir eigentlich machen müssen und das ist Punkte holen. Ich erinnere an diese dramatische Situation, für mich dramatisch, vielleicht habe ich das überdramatisch empfunden, aber als Dortmund die Megamöglichkeit hatte, im Champions-League-Finale endlich wieder an diesen Titel zu kommen, gegen die Bayern und die Bayern natürlich als Spindoktoren wussten vorher, ja, was machen wir? Ja, ja, komm, weißt du was, wir graben uns den besten Spieler ab, ja, dann machen wir das, dann haben wir den Götze und dann wird das gerüchtet, gerüchtet und dann verliert er seinen Fokus, weil er plötzlich denkt, naja, bei den Bayern klingt ganz gut und so weiter und so fort und dann platzt dann die Bombe und dann sind drei, zwei, drei Prozent sind weg von dem Fokus, plötzlich ist Ungereimtheiten, dann hast du hier den Hummels, der sauer ist, dass Götze weggeht und so weiter und so fort und plötzlich läuft es nicht mehr so und das sind die Prozent, die dir fehlen und das zeigt sich im Champions-League-Finale, das ist ein Grund, das ist ein Grund, warum die Dortmunder das trotz eines tollen Drehen, das nicht so auf die Kette bekommen haben und davor warne ich und da müssen wir sehen, dass es scheißegal ist, weil es bringt alles nichts, wir haben die Chance, was Großes zu erreichen und da muss der Fokus drauf liegen und ob die dann nach dem 34. Spieltag dort hinaus wechseln, der Zehnte nach China geht, wenn ich mir angucke, dass die Belgier mittlerweile schon richtige Delegationen da unten haben, da stelle ich mir die Frage, was ist denn los, Alex Witzel, du bist nur noch relativ jung, warum spielst du denn da in dieser Europarendenliga, meine Güte, aber das ist mir egal, nach dem 34. Spieltag könnt ihr alle machen, was ihr wollt, aber bis dahin will ich nichts haben. Ja, oder zumindest sollen sich nur die Leute darum kümmern, das muss ein bisschen von der Mannschaft weggetragen werden, der Hübner kann ja mit Radetzkis Berater reden, aber dann sollen, wie gesagt, die Spieler und auch der Trainer, ja, das soll ein bisschen, für mich würde es reichen, wenn es aus der Öffentlichkeit rausgehalten wird, weil ich glaube, du kannst es leider nicht verändern, dass hinter, auf den Fluren gesprochen wird, weil du ja trotzdem, du musst ja planen, also ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass bei Radetzki das auch schon klar ist. Ja. Ich hoffe nicht, dass die einfach so fahrlässig ist und jetzt hier ständig wartet und ob der jetzt doch vielleicht will, also ich gehe eigentlich davon aus, dass der Nachfolger feststeht, ich gehe davon aus, das wird wahrscheinlich Renaud sein, das wird dann halt irgendwann bekannt gegeben und gut ist. Wer? Muss ja, der Renaud heißt er, oder? Aus Dänemark, der Torwart, der im Gespräch war die ganze Zeit. Ach so, ja, okay, ja, okay, kann gut sein, ja. Ja, wäre für mich auch in Ordnung, aber wie du es gesagt hast, das muss jetzt auch nicht thematisiert werden, das werden die schon irgendwie gemacht haben. Da würde ich Marvin komplett beipflichten, also die Unruhe müssen wir jetzt da von außen nicht reinbringen, die Leute, die daran beteiligt sind, werden die Gespräche führen und das ist da halt auch richtig, aber woanders hat das halt auch aktuell nichts zu suchen. Wollen wir mal in Richtung Dumpschwetzer hinfortmarschieren, meine Herren? Ja, machen Sie das. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Richtigenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Jede Woche erwischt es mich, jede Woche erwischt es mich, wenn in dieses rummige, rummige, danke, 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 es erkommt. Ich kann es dir gerne nochmal irgendwie, brennt man heutzutage noch CDs? Nö, dann Klingelton. Klingeltonal zusammen können wir auch machen. Wir müssen erstmal auflösen, wer letzte Woche gewonnen hat und wir hatten rekordmäßige 160, 116 Teilnehmer in der letzten Abstimmung letzter Woche. Das war reichlich viel. Ich sage noch einmal kurz, wenn wir so komplett auf der Liste hatten, wir hatten einmal Wolfgang Holzhäuser, dann hatten wir Julian Nagelsmann, Marco Hagemann, Matthias Sammer, jetzt springt es hier gerade komisch, den Herrn Ilsancker natürlich, wir konnten mit denen vergessen, Ralf Rangnick und Christian Ortlepp. Ich hoffe, ich habe einen Favoriten. Was ist dein Favorit? Arti. Mäh, falsch. Marvin? Wow, okay, also ich hätte jetzt auch Arti gesagt. Nee. Wow. Mit 37,9% auf Platz 1 Matthias Sammer. Oh, Für die Aussage, die Fans sollen sich mal nicht so wichtig nehmen, der Fußball war vor ihnen da. Naja gut, ist aber auch eine schwachsinnige Aussage. Ja, okay. Genau, und auf Platz 2 der Herr Ilsancker, der gerne Premier League Verhältnisse hätte. Ja, Ilsancker wäre natürlich auch eine Kiste gewesen, ne? Ja, stimmt. Nun ja, okay. Genau, also die beiden teilen sich Platz, also sind auf Platz 1 und 2, teilen sich nicht, sind auf Platz 1 und 2, so rum macht das Sinn. So, dann haben wir wieder einiges an Hörernominierungen bekommen, und zwar die erste, die eingetroffen ist, ist von unserem Hörer Sasch0387 und von dem Hörer AdlerMax13. Sie nominieren Heribert Bruchhagen, der ja so ein bisschen gepisst war, nicht nur wegen der Fans, was man ja da vielleicht noch nachvollziehen kann, aber auch wegen dem nicht gegebenen Abseits und sich dann wunderbar präsentiert hat mit einer Aussage, dass man auch erstmal selbst Fußball gespielt haben muss, um so einen Abseits auch mal erfüllt zu haben. Ja. Kann man tun. Dann haben wir, das wird Basti freuen, unseren wöchentlichen Nagelsmann, diesmal präsentiert von unserem Hörer Floben31, der sich ja in diesem Bildinterview kundgetan hat und Angst hat, dass wenn man auf Platz 11 steht, auf einmal anfangen, die Fans Spieler mit nach Hause zu nehmen. Nagelsmann ist, sorry, ich werde es in 93-Deutlichkeit sagen, der ist nicht dicht, der Herr. Ich sage es jede Woche und er bestätigt es auch, dass er keinen in seinem Umfeld hat, der ihn mal zur Seite nimmt. Ich glaube, der Marvin hat es letzte Woche gesagt, zu sagen, hier, der braucht wohl eine Partnerin oder irgendwie, die mal sagt, komm mal runter, du hast gute Fähigkeiten, beruhig dich aber, der wird ja, der dreht ja immer mehr durch. Der ist 30 Jahre alt, oder was. Wenn das den jetzt schon alles so nervt, was will der denn mit 40 machen, dann, schloss in Anstalt sitzen. Also dieser Typ sollte sich, glaube ich, auf das Wesentliche konzentrieren und nicht immer ablenken. Dass die teilweise keinen guten Fußball spielen, ist, glaube ich, so, dass die Erwartungen bei denen höher waren, zumindest, die er, glaube ich, auch hatte, zu sagen, okay, ich zeige euch, dass ich aus einer Mannschaft, die muss nicht höher stehen, diese Einzelspieler in Hoffenheim, die hatten auch Verletzungsdauer, die müssen nicht, das will ich mal festhalten. Was er dort leistet, ist nicht unterirdisch. Nur glaube ich, dass das für seinen gehypten Status, den er sich erhofft hat, zu wenig ist. Also, dass er quasi zeigen kann, dass er aus einer Mannschaft, die eigentlich nicht so gut ist, die so zusammensetzen kann, dass sie eigentlich besser ist, als ihre Einzelteile. Das glaube ich, dass das sein Anspruch an sich selber ist und daran verzweifelt er gerade und schlägt aber in alle anderen Richtungen aus. Er will Flaschen auf Fans, er geht auf Silvester los, dann ist das hier nicht. Auf Silvester los? Herr Nagelsmann geht auf Silvester los. Das ist jetzt die Frage, wie du Silvester schreibst. Je nachdem könnten da lustige Gifs draus entstehen. Und der, ja, und jetzt geht der auf die Fans. Ich habe da, ich erinnere mich, als er es angefangen hat, als ich dachte, da gab es ja diesen Nagelsmann-Hype, junger Trainer, da hat man gedacht, das ist ja ganz interessant und Dietmar Hoppen, da muss man mal schauen. Ich erinnere mich, damals hat es angefangen, mit dem, als er angefangen hat, da ist auch diese Nagelsmann-Fordert-Rubrik entstanden, als er sich gewundert hat, dass keine Fans in Hoffenheimer Stadion ist. Da habe ich schon gedacht, denkt er jetzt, sie kommen nur wegen ihm, weil er das sagt, weil er sich dann eine Woche später nochmal beschwert hat, nach dem Motto, ich habe doch was gesagt, wie kann das sein, dass das jetzt hier nicht voll ist. Es hat damals schon angefangen und treibt sich, ja, es treibt sich Woche für Woche weiter. Die Nominierung ist sehr verdient. Grüße an den Floben, der das gemacht hat, sonst hätte ich es gemacht. Ich weiß nicht, was er mit dieser Aussage überhaupt aus, was er damit bezwecken will, weil das ist trotzdem, ja, das ist so ein latent populistisches Ding, was in den Zeitgeist gerade passt, auf Fans loszugehen, die sich beschweren und ich will festhalten, dort wurde nicht keine Gewalt ausgeübt, sondern da wurde gefiffen, weil das verwöhnte Haufenheimer Publikum unzufrieden war. Es ist schwierig, schwierig, dieser Typ. Ja, aber er haut halt jede Woche wieder einen raus, also wir können froh sein, dass es ihn gibt, sonst wäre es hier ein bisschen trostlos. Vielleicht hat er das falsch verstanden mit der Bewerbung der Bayern, dass die irgendwie Interesse an ihm haben. Vielleicht hat er gedacht, er muss bei Rummenigge und Höhenes mit solchen markigen Sprüchen für einen Eindruck sorgen, also was ist los mit dir? Aber das könnte Sinn, ich glaube, die Sprüche kommen bei Rummenigge auch gut an, das ist ein Niveau, glaube ich. Es ist schlimm, es ist schlimm, also es ist total absurd, dieser Typ, meine Fresse, auch so ein Bundesliga-Exot und was weiß ich, ach Gott, ich will auch, wenn ich mich darüber wieder aufrege, naja, will nichts mehr sagen. Dann hätten unsere Herren viel Spaß lieber gemacht. Genau, das gibt es dann aber bei 3,90. Ich habe ehrlich gesagt nur Angst, dass je blöder er hier agiert und je mehr Mist er macht, desto gefährlicher wird es für uns, dass Kovac irgendwann nochmal ein viel heißerer Kandidat wird. So ist es nämlich. Ich glaube, dass das mit Kovac und Bayern heißer ist, als wir uns alle eingestehen wollen. Ja, leider schon. Ich bin da ziemlich sicher mittlerweile. Also ich habe so, habe so das eine oder andere Gefühl und irgendwie auch nicht nur das eine oder andere Gefühl, sondern, ja, und irgendwie habe ich, habe ich die Befürchtung, dass uns das blühen kann, zumindest, wenn wir ihn nicht ganz oben anklopfen, was ein weiteres, eine weitere Motivation sein sollte, genau das zu tun, liebe Leute. Wenn wir in die Champions League kommen oder selbst in die Euroleague, ich glaube, das wird sich Kovac nicht entgehen lassen. Ich glaube, da will er diesen Erfolg auch bis zum Schluss auskosten und will dieses Jahr Europa mit uns machen, aber wenn wir halt unglücklich Achter werden, dann bin ich nicht ganz so. Und er aber gezeigt hat, dass da Potenzial drin steckt und er aus so einer Mannschaft der braucht, die Sache ist klar, dass der hoch gerankt wird, das ist ganz klar. Also der braucht sich nichts beweisen, der will sich aber auch Auch aus Mangel als, man muss es aber auch mal sagen, das ist ähnlich wie die Eintrachten, da wurden sich auch aus Mangel an Alternativen. Die hoffnungsvollsten Trainer scheinen sich als Psychopathen rauszustellen, dann musst du halt gucken, dass du den einigermaßen normalsten nimmst. Und das wird er wahrscheinlich sein. Ich hoffe, die Situation ist natürlich für uns denkbar unnünftig, wenn wir uns mal vor Augen führen, dass wir von Thomas Tuchel, Julian Lagelsmann und Jupp Heynckes abhängig sind, was mit uns passiert. Hilfe. Da kann ich mir angenehmere Situation vorstellen. Hilfe. Keine Grüße. Ja. Sollen wir mal weitermachen mit den Nominierten. Ja. Nächste Hörernominierung von einem Nachtrag oder eine Nachnominierung, so mehr oder weniger, weil sie bezieht sich auf das Montagsspiel von unserem Hörer Adluki Papuki. Und zwar nominiert er Keiner Name. Ja, Sendungsspiel. Herausragend. Ey, wirklich. Ich bin begeistert. Wirklich. Er nominiert die LVZ, was für Leipziger Volkszeitung steht, die im Nachgang zu dem Montagsspiel von einem ausgesprochenen Chaos-Spiel spricht. Ich weiß zwar nicht, was da chaotisch war, außer, dass die Leipzig-Spieler ein bisschen gefroren haben, aber... Nee, nee, da standen Leute neben dem Platz und das wurde viel spätet angepfiffen. Das reicht schon. Und ich hoffe, dass so ein Spiel nie mehr angeführt wird. Meinst du? Das würde auch dem nächsten Nominierten passen, den wollte ich eigentlich gar nicht erst wieder in die Liste aufnehmen, aber nachdem er mehrfach genannt wurde, kamen wir jetzt oder kommen wir nicht drum rum. Und zwar nominiert einmal von Pia und einmal von Desert Lounge der Herr Peter Hess, der wieder einen sehr fragwürdigen Artikel geschrieben hat und unter anderem den Klassenprimus Hannover und Martin Kind gelobt hat, dass man ja sehr vorbildlich mit den Ultras umgeht und sich dann nicht erpressen lässt. Oh Gott, warum legt ihr den denn auch? Leute, ich habe nur den Teil gelesen, rein aus beruflichem Zweck, das ist der einzige Grund, weswegen ich das getan habe. Ja, ja, man, das ist, jeder bleibt halt so in seiner Rolle. Wir werden den auch nicht verlinken, wenn ihr den lesen wollt, dann müsst ihr euch den selbst ergoogeln, sowas gibt es bei uns nicht. Es ist halt, es ist, ich meine, ne, Es ist bestimmt sehr nah am Thema dran, der Peter Hess. Das kann er bestimmt auch gut urteilen mit seiner Draufsicht. Also Leute, ich kann mich doch auch nicht hinsetzen und mich jetzt hier zu irgendwelchen Konflikten in der Welt äußern, wenn ich es nicht weiß. Was ist denn? Also ich kann ja nicht, wenn ich kann ja nicht sagen, ja, und jetzt müsst ihr mir alle zuhören, wir regeln das hier im Nahen Osten, das regelmäßig so, wie ich das will. Obwohl ich überhaupt keine Ahnung hab. Da kann ich ja nicht irgendwelche Sachen da behaupten und dann irgendwie denken, dass die Leute mich ernst nehmen. Was hat er denn für ein Fachgebiet eigentlich? Was macht er denn gerne? Kann man das vielleicht rausfinden? Eintracht Frankfurt macht er gerne. Eintracht Frankfurt. In seiner Freizeit meinte ich jetzt eher so, vielleicht hat er andere Hobbys, denen er nachgehen kann. Der trägt immer schöne Segelschuhe. Na siehste, da haben wir es doch. Da kann man nicht zu viel Schaden anrichten, sondern da berichten, wie es dort ist. Keine Ahnung, was für Regattas oder wie das da heißt, was man da machen kann. Da ist das Publikum vielleicht auch nicht ganz so, ja, Kritik behaftet. Das ist doch eine gute Idee. Vielleicht kann er da in dem Bereich Fuß fassen. Grüße. Keine Grüße. Keine Grüße, genau. Dann haben wir noch eine letzte Hörernominierung, die da leider auch so ein bisschen, also vom Stil her zumindest anschließt, und zwar von unserem Hörer Monsignor Moti, falls man das so ausspricht. Der nominiert Franz Josef Wagner. Oh Gott, oh Gott. Kannst du bitte den Text noch mal vorlesen? Das ist ja ein... Nein, das lese ich... Du fass mit Musik untermalen. Das lese ich nicht vor. ganz ehrlich nicht. Kann das jemand machen? Soll ich es vorlesen? Ja, dann liest du es vor. Ja, weil ich weiß nicht, worum es geht. Ja, bitte. Ja, kannst du mir das kurz schicken, Rinn? So gut vorbereitet bin ich jetzt nicht. Dann guck einfach in das Sendungsdokument, da ist ein Link zu dem Tweet, da ist ein Bild davon. Und in der Zwischenzeit... Kann froh sein, wenn mein Ton hier funktioniert, denkst du, ich mache hier noch irgendwas an dem Laptop mit irgendwelchen Dokumenten. So, ich muss jetzt mal kurz in der Gruppe hier schauen. Genau, mach du das mal. Währenddessen gebe ich noch eine Nominierung weiter von Benedikt Geisler, aka Benedikt G5, G5. Der hat nominiert, und zwar die Junge Union aus Frankfurt. Was? Hier, heute haben wir sie aber alle dabei hier. Ja, auf jeden Fall. Ein buntes Sammelsurium. Die Junge Union aus Frankfurt, okay. Ja, genau. Ja, die wollen Beiland, also es wurde ja gewählt in Frankfurt, total legitim, also jeder, wie er will. Aber die haben sich, es geht ja nicht nur darum, was die wollen, das ist ja alles vollkommen okay, aber es geht im Endeffekt nur darum, dass sie sich ganz tolle Sprüche haben einfallen lassen, und zwar sind sie für ihre Plakate nominiert worden. Oh Gott. Und zwar, ich lese vor, so fällt man in Frankfurt ins Verkehrschaos. Ja, also fällt man, ihr wisst, der Name. Der tut weh. Sicherheit in Frankfurt, da fällt man sicher hin. Okay, gut. Ja, okay. Tut leid. Es sind ja ganz kecke Burschen da hier. Was ist das? Jede Julian Nagelsmann, da wissen wir auch, wo der sich in seiner Freizeit rumtreibt. Traut man, nee, traut man Peter, fällt man rein. Da sitzt einer vor seinem Wahlzettel und sag ich, die haben so viel Sprich gemacht, das ist die Weli hier. Ja, meine Güte. Naja, irgendwie hat da zu wenig Geld jemand gehabt. Ja, gut. Ja, also auf jeden Fall eine Kecke. Ja, das ist fragwürdig. So René, hast du die Musik auf dem Soundboard? Den Sexy Sound, den habe ich in der Tat da. Warte mal, den muss ich ja mal noch ein bisschen Lautstärke mäßig anpassen. Wir sagen jetzt hier, wir machen das auch nicht aus Verbreitungsgründen. Also eigentlich sollte man diesem Herrn keine Aufmerksamkeit schenken, aber es ist schon eine Kunstform fast. Also wir gehen auch davon aus, dass unsere Hörer wissen. Genau, unsere Hörer können Satire einschätzen, nicht so wie die Redakteure der BILD-Zeitung. Und ab geht's. Hallo, Post von Wagner. Liebe Eishockey-Männer, endlich, endlich richtige Männer. Statt dieser MeToo Vergewaltigungsmänner in den Bademänteln. Unsere Eishockey-Mannschaft hat den Weltmeister Schweden besiegt. Sie haben gezeigt, was Männer sind und was sie von diesen parfümierten Arschlöchern unterscheidet. Eishockey ist das schnellste und brutalste Spiel. Es ist kein Spiel für Männer, die sich für Theater, Ballett oder Malerei interessieren. Beim Eishockey wird der Gegner niedergerannt, manchmal verprügelt. Früher hatten die Eishockey-Spiele keine Zähne. Eishockey ist für mich das Spiel, wo Männer noch Männer sind, ums Überleben kämpfen. Die Eishockey-Männer sind um die 1,80 und 90 Kilo schwer. Ich frage mich, welchen Mann eine hübsche Frau ledig wählen würde. Einen Eishockey-Mann oder einen parfümierten Mann? Ich denke, einen Eishockey-Mann. Herzlichst, Ihr Franz-Josef Wagner. Das ist schon sehr gernswertig. Irrsinn kennt keine Grenzen, dass das noch nicht irgendwie, dass der noch nicht abgeholt wurde. Statt dieser MeToo-Vergewaltigungsmänner, was für ein krude Vergleich hier gezogen hat, ist nicht so was. Ach, du Scheiße, und der bekommt für so ein Rotz Geld. Ich meine, das musst du dir vor Augen halten. Traurig genug. Es ist nicht traurig genug. Aber ich meine, der Irrsinn spricht für sich selbst. Man muss gar nichts mehr dazu sagen. Ja, das ist leider richtig und auf der anderen Seite auch sehr, sehr traurig. Liebe Vergewaltigungsmänner. Also was ein Typ, aber es ist, wie gesagt, steht jetzt schon sehr hoch, muss ich sagen, in der Dummschwätze der Woche-Kategorie. Ja, also da gibt es, glaube ich, ja, so den einen oder anderen, der da noch so ein bisschen dran kratzen kann, aber es ist schon ein ganz eigenes Niveau. Ja. Haben wir noch weitere Nominierte? Ich bin schockiert, dass Orti nicht nochmal aufgeschaut ist. Ja, dann mach du doch, komm. Nee, ich habe es nicht genug mitbekommen. Achso. Ich habe, Marvin's Tweet habe ich gelesen. Hast du nicht was über Orti getwittert, gleichzeitig wie der Axel über den 390-Accounts? Ja, aber im Endeffekt war es nicht so dramatisch. Orti ist Orti einfach, weißt du? Da versteht man halt einfach manchmal wirklich nicht. Genau, und versteht einfach gewisse Dinge nicht. Und dann hast du jemanden wie Götze und Götze denkt die ganze Zeit, Alter, was bist du eigentlich für ein Idiot? Aber halt so gar nicht. Aber ist ja halt so. Ich meine, Orti ist halt Orti. Orti geht halt, also ganz realistisch gesehen, Orti geht halt mit 85 IQ durch die Welt. Ja, also mit dem IQ kurz 85 Prozent und denkt, ja, pfff, und dann gedacht, naja, alles ganz schön heute. Die Frage, hm, hm, warum leuchtet das nachts? Ach, guck mal, kann eine Lampe sein. Na ja, gut. Also so geht der Orti halt durch die Welt und so berichtet er über Fußballer. Dann ist es halt einfach schwierig, wenn man sich merkwürdige Gedanken über gewisse Spielsituationen macht oder auch danach. Und dann sind die halt schwer nachzuvollziehen. Und dann denkt halt Götze, okay, warum fragst du mich das? Aber gut, ist okay, ich klopf dich und dann ist es wieder gut. Na, also insofern, alles halb so wild. Orti halt. Orti halt, ja. Ja gut, dann scheint das so zu sein, dass wir keine weiteren Nominierten haben. Da sind aber auch wieder ein paar ganz hervorragende Kracher dabei. Ich bin mal gespannt, wer da das Rennen macht. Ihr habt wie immer die Möglichkeit, in unserem Blog abzustimmen und in der nächsten Woche werden wir dann mal schauen, wer es auf Platz 1 geschafft hat. Kommen wir zu den Empfehlungen, wo bislang noch nichts drinsteht. Haben wir da was mittlerweile, meine Herren? Nee, also Empfehlungen habe ich im Grunde eigentlich nur doch. Die wunderbare, sorry. Nee doch, was jetzt? Nee oder? Die wunderbare, ja, auf jeden Fall, die wunderbare Folge des Ringwuchs Podcasts, der sich mit der mittlerweile immer noch einigermaßen zweitwichtigsten, ja, mittlerweile ist es fast gar nicht mehr zweitwichtigste, Promotion in den USA beschäftigt, und zwar TNA beziehungsweise Impact Wrestling. Wir blicken zurück, was die Liga so grausam gemacht hat und eigentlich doch ein paar Sachen auch ganz gut gemacht hat. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Genau, werden wir verlinken im Blog, falls ihr da nicht sowieso schon Abonnent seid und das auch regelmäßig hört, was natürlich bei vielen von euch der Fall sein dürfte. Ja, ansonsten kann ich noch empfehlen, Hannover liebt, der Podcast, unter anderem, beziehungsweise der sehr geschätzte Runner, Tobi ist ja der Macher des Ganzen, und der hat heute eine Folge veröffentlicht, in der er sich ganz deutlich auskotzt, muss man sagen, gegen die aktuellen Zustände in Hannover, für Leute, die sich dahingehend mal ein bisschen informieren wollen, das ist auf jeden Fall eine interessante Ausgabe. Okay, sagt er dann noch ein bisschen mehr was zu den Geschichten mit den Flugblättern, die da letzte Woche waren, die ich ja nur über Twitter so halb mitgekriegt habe, weil das würde mich interessieren. ist es ein Rundumschlag über die letzten Geschehnisse. Okay, gut, dann werden wir auch das verlinken, das klingt gerade mit Vorbereitung auf das Spiel am Wochenende, nach einem spannenden Thema, was man sich anhören sollte. Mhm. Okay. Herr Basti, haben Sie noch was? Ich habe gerade gemerkt, dass ich keine Empfehlung habe und dadurch immer wieder mir vor Augen geführt wird, dass ich fast keine Zeit mehr habe für Freizeitbeschäftigung, wie Bücher lesen, Playstation-Spiele, Zeitungen und so, das ist übel gerade. Das bin ich sehr traurig. Aber ihr könnt allen, ihr müsst allen Accounts von Hattrick Elfmeter für die Liebe folgen. Das ist sehr, sehr amüsant. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, alles. Genau, und ihr könnt auch da, glaube ich, für den, was ich gesehen habe, für den Namen des Maskottcherns abstimmen. Genau, unter anderem für Basti Blue. Das ist mir eine Ehre. Das ist mir eine Ehre. Oh, Basti Blue. Wie hieß denn, wie hieß denn die, die frühe Band von, von, wie heißt der, der bei Modern Talking war, nicht Thomas Anders, sondern? Dieter Bohlen? Blue System. Dieter Bohlen. Blue System. Oh ja. Oh ja, hat immer so dunkel gesungen. Oh, Mephisto. Was waren denn da noch für Namen in der Verlosung? Ich hatte das doch gestern auch gesehen. Ich habe den Twitter-Account schon wieder verloren. On Route 66. Es gibt mittlerweile, also man muss mal festhalten, kurzer 93, es gibt mittlerweile 24 Accounts über dieses Buch. What? Der Neueste ist jetzt gerade dazu gekommen, der Interimstrainer Peter Kaul. Dann gibt es Mittelstadt, dann gibt es Mittelstadt FM, das Radio. Oh Gott, wie macht denn das alles? Wer hat denn diese Zeit? Zwei Ultrasgruppierungen, dann gibt es Altmitte Lenzmann, der Busfahrer, zweimal den Hund, die Mutter, der Portier, dann gibt es das, Peter Königs Handy hat einen eigenen Twitter-Account. Genau. Haben wir da irgendwie, gibt es da irgendwie eine Übersicht? Hat die mal einer irgendwie zusammengetragen? Also ich habe, wenn man Peter König folgt, der folgt ausschließlich allen, die es gibt. Also der folgt quasi den anderen 23, da kann man eine gute Übersicht haben, weil die Listen, die bis jetzt so rumgehen, die sind alle nicht vollständig bis jetzt. Also kann man bei Peter, wenn man Peter König folgt und man geht auf die 23, dann sieht man alle Accounts, die vorhanden sind. Dann suche ich da den Twitter-Account raus. Da hat es ja auch, und da muss ich, werde ich dem Marvin ewig für dankbar sein, für diesen Sound-Schnipsel. Weil selbst der Marvin, ich muss kurz sagen, selbst der Solheim Cup, hat es in dieses Hattrick-Universum geschafft, der FC Mittelstaat, glaube ich als Mittelstaat, wird den Solheim Cup nach Mittelstaat jetzt wollen. Und da hat sich heute tatsächlich einer die Mühe gemacht und hat ein 30-sekündiges Promo-Video für Mittelstaat den Solheim Cup 2018 präsentiert, hergestellt. Und jetzt weiß ich mal, wie Leute sich die, die in Eintracht-Podcast oder 390 oder andere lustige Podcasts in Straßenbahnen fühlen, wenn die plötzlich einfach in Tränen ausbrechen und lachen müssen und die anderen Leute einen anschauen. Das ging mir so, als ich dieses Video gesehen hatte, wo der Solheim Cup angekündigt wird, dass er nach Mittelstaat kommt. Da konnte ich einfach nicht mehr. Das hat mich sehr, sehr böger. Ich habe auf der Arbeit aufgemacht und ich saß gerade in der Küche und ich wurde etwas komisch angeguckt, als ich auf einmal lauthals loslachen musste. Ich musste es auch schnell ausmachen, sonst wäre ich lachend zusammengebrochen. Hängt das doch nochmal mit rein. Das würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal ganz gerne angucken. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, kann ich mit verlinken. Also mal, wenn dieser Ausschnitt, den du da rausgepackt hast, der ist einer der Besten. Nicht nur an Eishockey, nicht nur Handballer, sondern auch, das kann ich nicht reinkommen, der Dom. Das ist irgendein Relevanz. Ja, eben. Jetzt kann man den Dietmar Hopp nicht mehr nicht leiden. Das ist genauso, wie er dir gesagt hat. Dissendus hat Eishockey gemacht und dann hat er Dianas Buggy bei uns in die Straße gebracht. Ja, und seitdem genießen wir alle gute Baguettes. Tart absurd. Naja, was ein Typ hat. Packe ich beides mit in die Shownotes. Einmal den Twitter-Account von Peter König und einmal das Promo-Video zum Solheim-Kapp. Super geil. Also Leute, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich finde es mega geil, dass sich Leute diese Gedanken machen und ihre kranken Gedanken mit uns teilen. Das ist wirklich herrlich. Da halt auch mitmachen und da halt mittlerweile schon so ein kleines Fan-Projekt draus machen. Es ist absurd. Es geht viral. Peter König hat fast, Peter König hat fast, warte, aktueller Stand, Peter König hat 364 Follower. Das muss man mal vorstellen. Aber auch vielen Dank an alle, die dort, ich weiß, das Lustige ist, man weiß ja nicht, wer hinter welche gekommen ist, aber vielen, vielen Dank an alle, die da. Es amüsiert mich sehr. Ich habe jetzt mal den Link zu dem Video auch in den Chat geschickt. Ja, sehr gut. Gut, dann sind wir mit den Empfehlungen glaube ich dann auch so weiter durch. Wie gesagt, alle Links finden sich im Blog zur aktuellen Folge und dann kommen wir nochmal abschließend zu einer kleinen Runde Housekeeping. Der Monat neigt sich dem Ende und es sind wieder reichlich Unterstützungsspenden von euch eingegangen und das möchte ich an der Stelle nochmal nutzen, um Danke zu sagen. Auch das finde ich nach acht Jahren nach wie vor immer noch faszinierend, wie viele von euch nicht nur während der Sendung hier, aber auch danach uns Feedback geben, uns unterstützen, Bewertungen schreiben und sonst irgendwas. Das ist auch hier einfach ganz großes Kino und deswegen werde ich nicht müde, da immer wieder Danke zu sagen. Mittlerweile ja sogar immer öfter auch auf YouTube. Also wir müssen ja, haben da jetzt mittlerweile auch immer so einen Blick drauf. Ja, genau. Also das ist ja schon interessant. Ist ja eigentlich nicht unsere Number One-Ausspiel-Plattform, aber es kommt dann doch ganz gut mal was rein und das ist auch sehr schön. Genau. Und wir haben auch auf unserem Instagram-Account die fast 100 Follower, da kann der eine oder andere vielleicht nochmal reinklicken. Es gibt 100 Follower, die die ganze Zeit das Gelaber von dir hören wollen, wenn du und die... Wenn ich mit dem Hund draußen bin, ja? Ist schön. Und Zigaretten in der Mütze hast, René. Jetzt sagst du, gibst doch hier zu. Ja. Das sind aber welche, wo Ton rauskommt. Kein Krallen. Also sieh mal, man muss echt sagen, unsere Follower sind härter im Nehmen, als ich das gedacht hätte. Respekt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es doch auch für diese Woche wieder geschafft. Meine Herren, es war mir eine Freude. Wir wünschen allen Menschen da draußen eine schöne Restwoche, ein schönes Fußball-Wochenende. Hoffentlich sind die Temperaturen am Wochenende so, dass man nicht Angst haben muss, im Stadion irgendwie festzufrieren. Ansonsten gibt es ja wahrscheinlich irgendwie Heißgetränke, die zu konsumieren sind. Man kann sich, indem man laut schreit, es auch wahr machen. Ich hoffe, dass auch die Fans wissen, worum es geht. Genau, wenn ihr einen verwirrt aussehenden, schreienden Menschen mit Schaum vor dem Mund seht, das ist dann Basti, wenn er immer so leicht vor- und zurückquippt. Dann gebt ihm ein Getränk, sagt Hallo und ist alles gut. Ich überlege, ob ich wieder die Karte Sauna ziehe und meinen Spirit von der Sauna wieder. Ja, aber wir haben doch gelernt, montags gibt es Freibier im Saunaclub, nicht samstags. Ist egal, ich habe es noch die Eintracht gewinnt. Ich tue alles. Jeder muss hier sein Opfer bringen, es führt kein Weg dran vorbei. Ob Basti im Stadion oder im Saunaclub war, werden wir nächste Woche erfahren, wenn wir in gewohnter Art und Weise wieder auf Sendung gehen. Ich weiß nicht, ob er so einen Saunaclub ist. Ich wollte gerade sagen, vor allem ich sage, ich sage zum René, weil es geholfen hat, dass sie Eintracht gewonnen hat, dann sage ich, ich gehe in die Sauna wieder. Ja, der Basti geht in den Saunaclub. So schnell, vier Buchstaben können mich in große Schwierigkeiten bringen. Ja, ohne Wiss. So ist das halt. Aber das hat der René doch gesagt. Wer soll ich denn jetzt glauben? Genau, ja. Es wurde im Podcast gesagt. Ich habe es nicht nur gesagt. René ist immer so seriös, warum soll der sich sowas ausdenken? Du riechst doch viele Scheiße. Ich habe es nicht nur gesagt, ich habe es auch noch aufgenommen. Ja, nur der Dennis ist seriöser. Wenn der Dennis solche Dinge sagt, stimmt das natürlich. Genau, ich rufe Dennis jetzt mal an, der soll das auch noch sagen. Das zählt nicht mehr beim Dennis, ja, dem wird nicht mehr gelaufen. Dem Dennis, ich glaube, bin ich kalt für Spiele. Dennis, dann muss ich erst mal wieder beweisen. Gut. So, bevor das jetzt hier zu privat aussieht, ich hier um Kopf und Kragen rede. gut, rüht dann alle einfach. Würde ich sagen, machen wir den Sack zu, wer wo das Spiel gesehen hat und ob Dennis sich wieder seine, ähm, bewiesen hat und ihm wieder geglaubt wird. All das werden wir in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise diskutieren. Bis dahin, macht's gut. Hey! 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 заявere mir wer Outro